Und jetzt ist es Zeit für das Show, das ihr alle erwartet habt. Ich spreche deinen Host für heute Abend. Er ist der Architekt von Hate. Bitte willkommen den notoriosen Booster Mac Baratwurst. Und jetzt ist es dein weekly-dose-Living-in-a-Clown-Welt. Es ist das Hate Night Show. Dankeschön, danke. Ja, willkommen zur 24. Folge der Hate Night Show. Und heute habe ich den schonungslos bei mir. Grüß dich. Guten Tag, schön, dass ich hier sein darf. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir eine kleine Reaction starten auf ein Video von Y-Kollektiv. Hast du den Titel? Der Titel ist mittlerweile Eine neue Generation verändert die Arbeitswelt. Davor hieß es, Gen Z hat keinen Bock auf Arbeit. Aber das wurde leider umbenannt oder warum auch immer. Ja, nachdem ich es geguckt hatte, einmal um mich hier jetzt auf unser kleines Gespräch vorzubereiten. Ich finde da keine Antwort drauf in dem Video, warum die keinen Bock haben auf Arbeit. Denn was gezeigt wird, ist tatsächlich, dass die Bock haben auf Arbeit. Aber dann würde ich sagen, dann schauen wir einfach mal rein. Exakt, okay, dann starten wir. Die überlasse ich das Stoppen und das Starten des Videos, denn bei mir funktioniert das leider nicht. Mein Problem, wenn es zu viel wird, einfach Bescheid geben. Genau. Die fassen sich so schön an die Teige. Wirklich, irgendwie haben die so schön fluffig. Mehr arbeiten, nicht so viel reden, ne? Ja. Das ist tatsächlich ein gutes Motto. Mehr arbeiten, nicht so viel reden. Es ist nur schade, dass sein Job auf Reden beruht. Ja, arbeiten tut tatsächlich nicht so viel die meiste Zeit. Ich habe ja mal nachgeschaut, was Nico so gemacht hat. Also, der hat ja Politikwissenschaften und, ich glaube, Soziologie studiert und dann die Ausbildung zum Journalisten gemacht. Also, wirklich viel Handfestes ist da ja nicht dabei. Journalismus ist ein Ausbildungsberuf? Ist ein Ausbildungsberuf. Okay. Ich dachte immer, das war ein Studium. Ich weiß nicht, ob, man kann es bestimmt auch studieren, aber soweit ich weiß, hat er es als Ausbildung gemacht. Okay. Aber gut, schauen wir weiter. Lotzen und das mitten in der Nacht. Hast du da Bock drauf oder bist du einer von diesen faulen, jungen Leuten? Wir brauchen nicht nur Architekte, die die Häuser planen, wir brauchen auch mal diese Bauern. Und das ist so das Problem, gerade beim Nachwuchs. Es geht fast nur noch ums Geld. Der Vorwurf an unsere Generation, wir wollen nicht mehr arbeiten. Während überall Arbeitskräfte fehlen, starten immer weniger von uns eine Ausbildung. Dieses Zentrieren vom Arbeiten, das ist meiner Sicht total absurd. Jetzt geht es mir echt eher darum, dass ich etwas machen habe, was mir Spaß macht. Ich möchte jetzt auch ein bisschen Geld verdienen, um eine Tools-Perspektive zu haben. Ich diskutiere mit Abiturienten, mit erfahrenen Arbeitern und treffe Leute, die gerne arbeiten würden, aber gar keine Chance bekommen. Es hat in der Gutschule sogar angefangen, dass mir immer gesagt wurde, dass ich das nicht machen könnte oder so von den Lehrern. Die Älteren beklagen gerne unsere fehlende Arbeitsmoral. Aber kann es sein, dass nicht wir das Problem sind, sondern die Arbeit selbst? Boah, stopp, stopp. Diese Intros sind immer so ellenlang, ne? Ich denke mir auch, das ganze Video wird eigentlich schon vorweggenommen. Es kommen schon einen Haufen Thesen, die aber nur angeschnitten werden und nicht genauer drauf eingegangen wird. Und dann wird eine Fragestellung gestellt, die eigentlich nicht beantwortet wird. Siehst du eine Uhrzeit oder eine Uhrzeit, eine Videozeit, wie weit wir drin sind? Ja, das sehe ich. Wo sind wir gerade? Jetzt sind wir bei 1.16. Okay, okay. Meinen ersten Punkt, den habe ich mir erst in 14 Sekunden notiert. Wird das bei dir nicht angezeigt, während das Video läuft? Oder weil du Vollbild bist wahrscheinlich, dann siehst du es nicht. Ich bin Vollbild, ja. Na sonst, für zukünftiges, könntest du es so einschen, dass OBS nur das kleine Bild aufnimmt. Also nur ein Teil vom Screen und dann kannst du es trotzdem weiter anschauen. Aber wäre nur für die Zukunft. Tja, man lernt nie aus. Genau. Ja, was ich sagen wollte, diese übelst langen Intros immer. Ich kann dann auch nicht da reingrätschen, weil es ist halt einfach nur, da ist ja noch keine Substanz hinter. Es ist auch tatsächlich sinnvoll, also da reinzureden. Es kommt ja eh jedes Thema, was gerade angesprochen wird, später nochmal. Dementsprechend ist es tatsächlich einfach, das einfach anzuhören und dann Stück für Stück auf die Themen einzugehen, wenn sie dann länger genannt werden. Weißt du, warum die sich Y-Kollektiv genannt haben? Ich könnte höchstens schnell nachschauen, aber wahrscheinlich wegen Generation Y und weil es eben um Fragestellungen der modernen Welt geht. Okay. Also das wäre meine Vermutung. Generation Y sind Millennials, ne? Ja. Ah, okay. Ja, dieses Generation-Thema, Generationsthema habe ich immer mit Charlotte. Denn da geht es demnächst weiter mit dem zweiten Teil der Doku über die Generation Z. Es geht dann quasi nahtlos über, also das Thema hier ist ja auch eigentlich Gen Z und Arbeitsmoral und je nachdem, worauf ihr dann auch eingeht, wird es bestimmt. Ja, ich weiß noch gar nicht, was da kommt. Gut, machen wir mal weiter. Ich bin bei meinem Cousin Fitje. Mit Tamara und Tarek hat er im letzten Jahr Abi gemacht. Wir zocken eine Runde. Ja, unwahrscheinlich. Ich bin schon seit einer halben Stunde im Ziel und Fitje zieht auch eine Rakete. Ich frage mich aber bei sowas immer, warum ist das überhaupt in der Doku drin? Also welchen Mehrwert hat eine Szene wie diese? Man lernt die Leute dadurch nicht kennen. Man versteht auch nicht, was sie jetzt miteinander zu tun haben oder warum die jetzt gemeinsam da zocken. Aber man hätte sich auch einfach so zusammensetzen können und über das Thema reden. Woher haben die die Klappstühle, als ob die die zu Hause haben? Es sieht vor allem echt nicht so aus, als ob es bei jemandem zu Hause ist. Es sieht aus, als ob es in irgendeinem Büro vom Y-Kollektiv stattfinden würde. Also das sieht jetzt nicht so aus wie ein Kinderzimmer von irgendjemandem. Ja, ja. Ich hatte mir ein paar Gedanken zum Abitur gemacht. Und zwar... Mittlerweile haben wir viele Leute, die halt Abitur machen und dann studieren gehen, die aber gar nicht gut sind, um studieren zu gehen. Also eigentlich hätten die gar nicht das Potenzial dazu, machen es dann trotzdem. Und was dann am Ende dabei rumkommt, ist dann halt, dass die Leute bis 28 sind, studieren wie Ricarda Lang und dann abbrechen. Ja, und dann immer noch nichts geleistet haben in ihrem Leben, beziehungsweise immer noch nicht wissen, was sie tun wollen und einfach nur einen Haufen Lebenszeit verschwendet haben in der Zwischenzeit. Genau, ich weiß nicht, irgendeiner von denen, entweder der blonde Junge mit der Brille oder das Mädel rechts, wird nämlich gleich sagen, dass man jetzt erstmal ein bisschen runterkommt. Wir können einfach mal weiterlaufen lassen und dann können wir auf den Punkt eingehen. Dreien will ich für den Film übers Arbeiten diskutieren. Seit dem Abi im letzten Jahr macht Fiti erst mal diverse Minijobs. Die anderen beiden sind in einem sozialen oder ökologischen Jahr. Sie nehmen sich Zeit, um zu überlegen, was sie später arbeiten wollen. Ich würde einfach sagen, es gibt inzwischen mehr Möglichkeiten als früher, was du arbeiten willst. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass viele erst mal sich mehr Zeit am Anfang nehmen wollen, um genau darüber nachzudenken. Deshalb würde ich halt nicht sagen, dass es stimmt, dass unsere Generation fauler ist. Genau, und zwar da ist es, was er gesagt hatte, es gibt mehr Möglichkeiten als früher. Deswegen muss er sich jetzt mehr Zeit nehmen, um das Ganze zu sondieren für sich. Weiß ich nicht, ob es wirklich mehr Möglichkeiten gibt. Es gibt auf jeden Fall durch dieses Narrativ, jeder kann alles werden. Dieses Mindset, dass man halt jetzt mehr Möglichkeiten hat. Aber sind wir ehrlich, nicht jeder ist dafür gemacht, Maschinenbauingenieur zu werden oder Informatiker. Vor allem muss man auch ansprechen, dass es ja immer mehr Bullshit-Jobs und Bullshit-Studiengänge tatsächlich gibt. Also die immer hoch individualisierter sind, aber eigentlich wenig Aussagekraft haben zum Generellen. Also den Trend gab es schon relativ früher, wo es zum Beispiel Physik, dann zur physikalischen Technik oder noch weiter aufgedröselt wurde. Und tatsächlich hätten die Leute auch einfach alle Physik studieren können. Man hätte diese Untergruppen gar nicht überall gebraucht. Und dasselbe gibt es auch mit Soziologie und Untergruppen und sowas wie Gender Studies. Niemand braucht jemanden, der Gender Studies studiert hat. Aber es gibt den Studiengang, damit Leute ihn studieren können. Witzigerweise, weißt du, was du dann wirst? Moderator. Bei Funk. Oder Queer-Beauftragter. Oder sowas. Beim Bundestag. Hat der das studiert? Ich glaube schon. Um Himmels Willen, Alter. Dafür brauche ich gar kein Studium und sowas zu machen. Ah ja, dementsprechend auch dieses ökologische Jahr oder FSJ. Es ist ja schön, dass es die Angebote gibt. Aber es klingt immer so, als ob man das heute machen müsste. Also ob man sich dieses Jahr Pause unbedingt gönnen muss. Möglichst viel Auslanderfahrung. Hier und da noch eine Reise. Am besten noch eine ganze Weltreise. Work and Travel in Australien oder Sonstiges. Und als ob es falsch wäre. Einfach mit 16 sagen. Ja, ich will Bäcker werden. Das ist mein Traum. Was zum F*** ist ein ökologisches Jahr? Tatsächlich sind das Projekte, wo du zum Beispiel Bäume pflanzt im Amazonas oder irgendwie Plastik aus dem Meer fischt oder aus irgendwelchen Flüssen. Oh Mann. Also ein FSJ im Endeffekt. Nur statt dass du ein soziales Thema hast, hast du ein ökologisches Thema, das du angehst in der Zeit. Ja. Wahrscheinlich kann man das sogar als Klimaaktivismus machen bei irgendeiner NGO und sich an die Straße kleben. Und das gilt auch als freies ökologisches Jahr. Weißt du, was ich damals mal machen wollte? Das war aber auch noch so zu meiner Greenpeace-Zeit. Ich wollte unbedingt mit auf so eine Schiffstour, wo man Schiffskutter und sowas mit, ich weiß nicht, Ammoniak oder so, Ammoniak-Bomben bewirft, die halt einfach übelst stinken, ne? Mhm. So, das habe ich mal im Fernsehen gesehen und ich denke mir so, oh, das wäre ja voll cool. Dann ziehen die nicht die armen Fische da raus und du machst Action. Ja. Ja, der Alte. Aber du hast das nicht gemacht. Nein, natürlich nicht. Das ist der Punkt. Heute würden es die Jugendlichen machen. Ja, eventuell. Ja. Also ich finde es tatsächlich nicht schlimm, wenn man sich ein halbes Jahr irgendwie Auszeit gönnt oder sich überlegt, was man macht oder ein Praktikum noch macht nach der Schule oder wirklich erst mal ein halbes Jahr irgendwie jobbt, arbeitet, in der Kneipe aushilft oder sonstiges und ein bisschen finanzielles Puffer hat. Aber dieses erst mal, ich muss unbedingt Zeit schinden und warten, weil ich weiß ja nicht, was kommt und was zu mir passt, in den meisten Fällen lernt man das auch im Studium nicht, also sondern durch Ausprobieren. Also ganz viele Studienabbrecher glauben ja am Anfang, das Studium wäre toll in irgendeiner Art und Weise, studieren aber nicht, weil sie schon vorher wissen, was sie dann damit machen können im Nachhinein oder welchen Job sie damit haben, sondern nur, weil sie das Fach irgendwie interessiert. Und ich glaube, da müsste man viel mehr darauf eingehen, schon in der Schule, was man jetzt eigentlich mit dem Studium machen kann oder in welche Richtung dann die Jobchancen überhaupt gehen. Ja. Vielleicht TikToker werden. Das ist ja tatsächlich was, was ich in meinem Video über TikTok angesprochen habe, dass im Moment die Nummer eins der Berufswünsche im westlichen Raum Influencer ist. Ja, das ist eine Menge Geld für wenig Arbeit. Ja, aber eben auch nur für ganz, ganz wenige, die es an die Spitze schaffen. Die meisten Leute, die versuchen irgendwie TikTok-Videos zu machen oder irgendwie anders digital Geld zu verdienen, also sei es auch mit Onlyfans oder Sonstigen, die verdienen ein Hunni im Monat, wenn überhaupt und stecken trotzdem 40 Stunden in der Woche rein. Ja, ich habe es mir fast gedacht, dass so Influencer ziemlich weit oben ist und das kommt später noch, da können wir dann später darauf eingehen, ich habe es mir auch aufgeschrieben. Wenn du möchtest, können wir weitermachen. Was einfach mehr Zeit braucht, sich zu überlegen, was man wirklich machen will. Was, glaube ich, auf jeden Fall stimmt, ist, dass wir viel weniger sagen würden als die vorgegenden Generationen, dass wir leben, um zu arbeiten. Also dieses Zentrieren vom Arbeiten ist aus meiner Sicht total absurd. Da würde ich gerne auch kurz drauf eingehen, weil der Beruf kommt ja eigentlich vom Wort Berufung, also oder beziehungsweise hängt damit zusammen. Also Arbeit ist ja nicht nur Geld verdienen, sondern tatsächlich auch irgendwo einen Lebenssinn finden. Und das der Arbeit komplett abzusprechen, ist tatsächlich so ein modernes Ding erst. Ich habe mir tatsächlich auch bei dem Timestep was notiert und zwar, versuch das doch mal so zu sehen, du arbeitest, um zu leben und nicht, du lebst, um zu arbeiten. Tatsächlich ist es aber häufig so bei den Leuten jetzt, dass die sagen, sie arbeiten, damit sie Geld verdienen und das Geld wird dann für Hobbys oder für ihr tatsächliches Leben benutzt und quasi alles, was Arbeitszeit ist, ist verlorene Zeit für die. Also das wird gar nicht so gesehen, als ob das was Sinnvolles wäre, die Arbeit, die man macht. Ja, es gibt ja sinnvolle Jobs durchaus, ne? Ich meine, wenn der nicht sinnvoll wäre und keinen Mehrwert bieten würde, dann würde die Stelle nicht ausgeschrieben werden. Das ist wahrscheinlich der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, naja, dein Geld muss ja irgendwo herkommen, ne? Die Frage ist halt, wie sinnvoll manche Jobs letzten Endes sind. Also es gibt tatsächlich die sogenannten Bullshit-Jobs, sei es irgendwo in einem Callcenter oder es heißt, dass du in irgendeinem Steuerbüro den ganzen Tag irgendwelche Quittungen einscannst. Am Ende des Tages hast du da kein gutes Gefühl, dass du was geleistet hast für die Welt. Also das inhärente Gutfühlen mit dem Job ist bei solchen Sachen häufig einfach nicht vorhanden. Ja, ja gut, bei solchen Jobs, ne? Dann sag ich immer, dann musst du dich mehr anstrengen in der Schule oder so. Einfach nach oben arbeiten und halt klein anfangen. Ja, oder so. Passt diese Einstellung zu unserer Arbeitswelt? Ich bin in Weinheim, denn hier ist die Akademie des vielleicht deutschesten Handwerks überhaupt, der Bäcker. Leiter Bernd Kützer führt mich durchs Haus zuerst zu den Backstuben. Das ist das, was die nach drei Jahren ausbildet, plus Training. Dann können, schau dir mal dieses Croissant an hier. Das ist doch der Hammer, ja? Das schmeckt auch gut, wahrscheinlich. Ich kann es jetzt nicht anschneiden. Das ist ein Schaustück, das ist komplett essbar. Diese Backwaren sind vom deutschen WM-Team. In Taiwan sind sie damit gerade Vierter geworden. Wir können also was. Die Frage ist nur, wie viele von uns können sowas noch? Ich komme aus einer Generation, rangeklotzt sonst was. Also das Thema Work-Life-Balance war eindeutig Work. Und dann am Ende kam noch ein bisschen Leben. Die jungen Menschen sind anders drauf. Sie sind digital groß geworden. Sie sind einem Wohlstand groß geworden. Das ist historisch so ja nicht gab in Deutschland. Wir haben ein Schlaraffenland de facto. So, deshalb ticken die jungen Menschen anders. Würdest du das so unterschreiben? Also, dass wir in einem Schlaraffenland heute noch leben? Es war schon mal besser, glaube ich. Ich finde auch, also wir sind ja eigentlich die erste Generation, die weniger Geld haben wird als ihre Eltern. Also wir sind ja in einer Rezession eigentlich insgesamt, was Wirtschaftswachstum angeht in der Hinsicht. Absolut, also wenn du dir mal anguckst, wie in den 60ern Häusern gebaut wurden, die kannst du jetzt heute nicht mehr so bauen. Dann, gut, wie die Zinsen sind, weiß ich nicht, wie die damals waren. Aber tendenziell, ja. Also ich verstehe, dass der Wohlstand in der Tasche zugenommen hat. Also allein so ein Smartphone in der Tasche zu haben, also wer hatte vor 40 Jahren irgendwie einen Gegenstand in der Tasche, der 1000 Mark wert war? Also, im Endeffekt niemand hatte sowas bei sich. Und auch Wohnraum, wenn man anschaut, wird ja jedes Jahr mehr. Also der Wohnraum, den Einzelpersonen beansprucht oder auch Interkontinentalreisen, also ich meine Uroma gesprochen hat, die ist kein einziges Mal in ihrem Leben außerhalb von Europa geflogen. Das gab es früher einfach nicht. Das war einfach zu teuer und eine normale Person hätte sich das niemals leisten können. Dementsprechend, ich glaube schon, dass die Generation, die jetzt da ist, einfach sehr viel Luxus gewohnt ist und gar nicht mehr begreift, wie viel Arbeit da drinnen steckt, um das zu erhalten. Und dass die Generation, die tatsächlich keine Work-Life-Balance hat, die ist, der wir das eigentlich zu verdanken haben. Ja, in der WDR-Doku über die Generation Z, da hatte die eine so was relativ Gutes gesagt, direkt am Anfang, aber ich habe echt vergessen, was der genaue Wortlaut war. Die hatte auch irgendwie ihre Generation beschrieben. Weiß ich nicht mehr. Guck das Video. Kannst du es ja hier verlinken. Ja. Vor 25 Jahren gab es noch über 20.000 Bäcker-Azubis in Deutschland. Jetzt sind es nicht mal mehr 5.000. Warum wird darauf eigentlich nicht eingegangen? Also warum das runtergegangen ist? Also man könnte ja tatsächlich einfach mal sagen, okay, wir haben jetzt nur noch ein Viertel der Azubis. Woran liegt das? Liegt das nur am Interesse? Liegt das Sachen des Großbäckereien- und Industriebäcker-Zunehmen und die Leute hat ihre Brötchen jetzt lieber bei Aldi kaufen und nicht mehr beim Bäcker um die Ecke? Also das ist tatsächlich ein bisschen zu wenig Infos an der Stelle. Ja, da hat er Potenzial verschenkt. Also ich hatte mir auch aufgeschrieben, wenn du jetzt in der Industrie mit Maschinenfertigung und sowas das backst, da brauchst du natürlich weniger Bäcker, als wenn das alles nur Handarbeit ist. Vor allem brauchst du teilweise nicht mal Bäcker, das sind ja teilweise Chemiker oder Lebensmitteltechniker. Also das hat ja nichts mit Backhandwerk an der Stelle mehr zu tun. Ja, ja. Und dann brauchst du im Prinzip nur noch einen Verkäufer. Das Ding wird geliefert in die Bäckereiketten und das sind ja alles keine Bäcker, die da angestellt sind, würde ich jetzt mal behaupten. Das sind einfach Bäckereifachverkäufer, heißt das dann, ne? Genau, das sind eigentlich normale Verkäufer, die halt einfach in dem Bereich geschult wurden. Also das ist nicht mal eine Sonderausbildung oder ähnliches. Im Prinzip ist es einfach Einzelhandel. Genau, im Endeffekt Einzelhandel-Kauffrau mit eben Spezialisierung auf Backhandwerk in dem Moment. Aber die backen ja selber nicht backen auf. Also die schieben das in den Ofen, stellen einen Timer ein und holen es raus zur richtigen Zeit. Ja, ja. Wie gesagt, ich kann den Trend verstehen, dass es deutlich weniger wird, aber ich verstehe da die Korrelation nicht jetzt zwischen, wir haben nur noch ein Viertel so viel Auszubildende und die Gen Z hat keinen Bock auf Arbeit. Also die Korrelation, da gibt es einfach nichts, sondern es hat einfach andere Gründe, dass das eben abnimmt, die auch zu bezahlen. Ja, die von Funk, Y-Kollektiv, Steuerung F, die verschenken immer, die setzen die richtige Frage an und dann ist es so einfach egal. Das interessiert die gar nicht. Das ist eigentlich das Interessante daran. Warum ist es denn so? Mach doch mal ein bisschen Journalismus da, wenn wir später noch ein bisschen drüber lachen können. Ne, an der Stelle wird Journalismus dann halt einfach sein gelassen. Bernd Kützer führt mich von den Backstuben in einen Seminarraum. Erfahrene Bäcker machen hier eine Weiterbildung. Das Kamerateam möchte eine Frage in die Runde stellen. Ist die Runde offen für eine Frage? Ja. Dann los. Habt ihr schon das Gefühl, die jungen Leute haben nicht mehr so Bock, so viel zu arbeiten? Das ist schon ein Gefühl, was ihr auch habt, gerade wenn ihr zum Beispiel auch Azubis sucht oder sowas? Ist das ein journalistischer Standard, solche Fragen zu stellen? Also packt man in seine Frage schon eine Suggestion rein, wie es die Antwort auszusehen hat? Also kann es sein, dass ihr alle ein bisschen behindert seid beim Y-Kollektiv? Ist das möglich? Kann es sein, dass irgendwie journalistische Standards manchmal ein bisschen vernachlässigt werden bei den Öffentlich-Rechtlichen? Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja. Ja? Liegt doch allen auf der Zunge, ja. Wir haben alle damals sechs Tage gearbeitet, das war doch ganz normal. Oder du hast fünf Tage die Woche Schule gehabt und bist noch Keltern gegangen oder arbeiten gegangen, um dir was dazu zu verdienen. Macht ja keiner mehr. Oder macht ja keiner mehr. Machen viele Leute nicht mehr. Das ist eigentlich ein Stahl. Also auch ja, die Work-Life-Balance ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Ich verstehe die Vorbehalte, denn diese Unternehmer finden kaum noch jemanden, der für sie arbeiten will. Was sagt der Bäckernachwuchs selbst dazu? Nächster Stopp also im Keller der Akademie, wo junge Bäcker zu Meistern ausgebildet werden. Die Mittagspause beginnt, aber viele bleiben für ein kurzes Gespräch. Also ich glaube, wir brauchen vielleicht auch mal so ein Tief, dass wir mal selber merken oder die Bevölkerung, dass wir einfach merken, dass der Bäcker eigentlich dafür sorgt, dass wir morgens was Leckeres auf dem Tisch haben. Ich komme aus Afghanistan, in meiner Heimat. Ich muss den mal kurz stoppen, weil siehst du den Hintergrund, den Typen, wer da guckt, während der redet? Der links? Okay, okay. Nur mal deswegen, wir werden die nächsten paar Sekunden. Ich bin einfach tagsüber gebacken. Und es gibt auch nicht, wie hier zum Beispiel, 100 Sorten Brot, Brötchen, alles. Gibt es nur ein, zwei, drei Sorte, wenn überhaupt. Und das ist einfach, finde ich, viel, viel besser, wenn man einfach auf wenig konzentriert. Aber gut, der Kunde muss das auch verstehen, diese Kraftmangel, was wir jetzt in Deutschland haben, das ist einfach, ja, weil die jungen Leute wollen nicht nachts arbeiten. Um sechs Uhr muss alles fertig sein. Aber das geht ja nicht, das System funktioniert nicht. Da sieht man ja, wie viele Betriebe es zu machen, weil einfach keine Mitarbeiter haben. Okay, stopp, stopp. Also wenn ich zum Bäcker komme und es gibt nur noch drei Brotsorten, dann flippe ich aber aus, Alter. Ich will nicht nur ein scheiß Weißbrot essen und ihr dieses persische Pfannenbrot oder sowas und ich weiß nicht, was es dann noch für Sachen gibt. Tatsächlich, also wenn du nur Fladenbrot machst, dann hast du halt ein Fladenbrot und wenn aus, dann aus und brauchst du nicht so viel Teigruhe, so ein Fladenbrot. Ist ja kein Naturhefe oder sonstiges oder irgendein Sauerteigbrot, was wirklich schon über Stunden hinweg gären muss. Das machst du fertig innerhalb von ein paar Minuten oder schon am Vortag und backst es auf am nächsten Morgen. Also da musst du auch nicht die Nacht durcharbeiten. Wenn du aber halt verschiedene Brötchen, Laugensachen, irgendwie noch vier verschiedene Brote machen willst und süße Plunder noch irgendwie, dann bist du halt beschäftigt. Also natürlich kann man alles reduzieren und sagen, okay, ich mache halt nur noch eine Sache und die dafür gut, aber dann geht halt auch sehr viel verloren von dem Handwerk an sich. Ja, klar. Wie viele gehen denn zum Bäcker und sagen, ich hole jetzt ein Stück Kuchen, es gibt Kaffee ein Stück Kuchen, wenn Verwandtschaft zu Besuch kommt und dann gehen die da hin und sagen, wie, ihr habt keinen Kuchen da. Ja, nö, wir haben uns jetzt irgendwie nur noch auf Brötchen mit Mohn oder sowas spezialisiert. Zude ist tatsächlich interessant, dass der, der im Endeffekt der einzige Ausländer, der irgendwie in der Reihe steht, die meiste Redezeit bekommt. Also davor da von Deutscher ganz kurz mal was sagen und dann wird ganz viel drüber gesprochen, wie es in einem anderen Land eigentlich besser ist als in Deutschland. Ja, aber ey, ich war mal in Kroatien und dann sind wir zum Bäcker gegangen und da gab's halt nur dieses Weißbrot. Ich will nicht nur Weißbrot essen. Weißt du, was wie viel geil ist? Wenn du ein richtig schönes Weißbrot hast mit Nutella oder so. Irgend so ein Nuss-Nougat-Aufstrich. Kann auch Euro-Creme sein. Nachdem wir jetzt die Vokabie gelernt haben, dass es nicht Euro-Creme ist. Vielleicht sind wir also gar nicht so faul, sondern wir fordern einfach bessere Arbeitsbedingungen. Nicht nachts backen, sondern tagsüber. Hätten wir dann wieder mehr Lust auf solche Jobs? Ah, stopp. Wann soll ich denn dann frühstücken? Abends um neun? Vor allem, wer hätte dann mehr Lust auf solche Jobs? Also er redet ja wahrscheinlich nicht über sich selbst. Also er redet ja zwar von Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen, aber für wen spielen die denn jetzt eine Rolle? Also wenn ich Bäcker werden möchte, dann weiß ich, dass das auf mich zukommt. Und so wie in jedem anderen Schichtbetrieb, wenn ich Nachtschicht mache, in irgendeinem anderen Betrieb, sei es Pflege, sei es irgendein Industriemechaniker, irgendwas, wo es einfach drei Schichten gibt, ist es normal, dass du eben auch mal nachts arbeitest. Und du passt dementsprechend deinen Lebensrhythmus und deine Lebenszeit an. Im Bestfall hast du sogar auch Schichtpausen. Also wenn du als angestellter Bäcker bist, arbeitest du nicht jede Woche sechs oder sieben Tage, sondern du hast häufig dann Schichtpausen von mehreren Tagen oder sogar einer Woche zwischendrin und die werden durchrotiert. Also ich kenne zum Beispiel aus der Pflege, wenn man da zehn Tage in Folge arbeitet und nach fünf Tage frei komplett. Also wenn du Nachtschicht machst in dem Moment. Und normal ist es auch, bevor ein Schichtwechsel kommt, kommen dann auch Tage, in denen du dich wieder einstellen kannst auf die neue Schicht. Ja, ich hatte mir auch schon gedacht, also da gibt es doch bestimmt auch irgendwie sowas, dass dann halt der Bäcker dann nächsten Tag da steht und verkauft oder sowas. Also du wirst nicht permanent sechs Tage die Woche Nachtschicht haben, oder? Ja, vor allem ist ja der Verkäufer am nächsten Tag nicht die Person, die abends backt. Also du musst ja da nicht irgendwie die ganze Nacht durchbacken und dann noch zehn Stunden am Tag da drinnen stehen, sondern du bist fertig, wenn die Brötchen fertig und dann übergibst du an die nächste Schicht in dem Moment. Außer es ist natürlich deine Bäckerei. Das werden wir gleich noch sehen mit der Fabienne, aber wie gesagt. Aber die verkauft ja auch nicht. Also die haben ja auch eine angestellte Verkäuferin. Ja, ja. Eine andere Idee, den Nachwuchs wieder zu begeistern, ist es, Jobs wie den Bäcker besser zu promoten. In der Akademie läuft deswegen heute ein TikTok-Kurs. Draußen werden gleich mal ein paar Videos gedreht. Eins, zwei, drei. Warum, Fabien, warum? Ich frage mich auch, ob die das tatsächlich ernst meinen und sich denken, dass irgendjemand diese Posen richtig geil findet. Also dieses absolut Überzogene, wo jeder erkennt, dass die Person eigentlich gar keinen Spaß dabei hat. Und ja, aber wir können dir den Clip gleich mal so ein bisschen anschauen. Da wird so ein bisschen gezeigt davon. Okay, perfekt. Lass mal gucken. Okay, und dann noch ein Text. Aber cool, wenn... Fabienne arbeitet in der Bäckerei ihrer Eltern in der Pfalz. Mit TikTok will sie schon die ganz Jungen für den Beruf begeistern. Denn Facebook und Instagram haben bislang wenig gebracht. Also ich frage mich tatsächlich, ob Social Media so das beste Medium dafür ist, um Leute für einen Beruf zu begeistern. Ich glaube, das geht doch einfach an einem vorbei. Also ich selber bin ja kein TikTok-Nutzer. Dementsprechend weiß ich nicht, ob das nicht passieren kann, dass irgendein 16-Jähriger so durch seinen TikTok-Feed scrollt, dann da Fabienne sieht, die lächelnd in ein Brötchen beißen und sagt, geil, jetzt werde ich Bäcker. Ja. Ich habe sogar TikTok. Folgt mir da sehr gerne Boosterbratwurst. Ich habe seit einem halben Jahr nichts mehr gepostet. Machst du auch solche TikToks? Dann wäre ich richtig begeistert. Ich tanze da auch sehr gerne. Bis jetzt habe ich auch keine einzige Bewerbung auf die ganzen Sachen, die wir dort geschalten haben. Die Leute sind begeistert von unserer Präsenz und liken die Sachen. Oh, finden wir toll. Wir haben auch schon jede Menge Kundschaft gewonnen. Aber wir haben noch niemand als Azubi gewonnen. Stopp. Wie wäre es denn mal, wenn man jetzt dieses Marketing für die Ausbildungsstelle ein bisschen umstellt? Tanzt nicht vor der Kamera rum, beißt in ein Brötchen und lehnt euch ein Auto an und zeigt mit den Fingern irgendwie auf die Heckscheibe. Wie wäre es denn mit irgendwie so ein paar Shots von den Brötchen und den Süßwaren und sowas? Und dann sagt einfach irgendeine Stimme, dass man sich bewerben soll. Und das relativ kurz gehalten, ja? Also ein paar geile Aufnahmen vom Essen und dann, wenn du mal sowas backen möchtest oder sowas, dann bewirb dich doch jetzt einfach. Ist wahrscheinlich effektiver als rumzutanzen, ohne zu wissen, dass man hier eigentlich gerade ein Bewerbungsvideo guckt. Die haben ja vorhin auch vor allem diese richtig geilen Brötchen und ähnliches gezeigt, die auch an Wettkämpfen gemacht haben. Das war viel bessere Werbung als das Video gerade eben auf TikTok. Also ich fand das geil, dieses Schokokrosso, was die vorhin gezeigt haben. Und wenn ich sowas machen könnte, wäre ich tatsächlich stolz auf mich am Ende des Tages. Aber irgendwie lächelnd in Brötchen beißen motiviert mich jetzt nicht, irgendwie Bäcker werden zu wollen. Was würdest du bevorzugen? Ein klassisches Schokobrötchen oder, ja ich weiß es gar nicht, ist das so eine Art, ist das so ein Nuss-Nougat-Brötchen, weißt du? Kennst du die, die unten halt Nuss-Nougat drin haben? Nicht so Schokolade, also so. Also keine Schokostückchen, sondern tatsächlich eine Cremefüllung. Genau. Dann die mit Cremefüllung. Ja, safe, oder? Aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, man könnte so gute Sachen arbeiten, gerade mit Social Media, dass man Leute begeistern könnte. Man könnte ihnen solche Flexibilität anbieten mit, du hast den Tag noch für dich, du kannst in der Nacht arbeiten, du bist eh schon gewohnt, nachts wach zu bleiben, dann kannst du auch feiern gehen an deinen freien Tagen. Man könnte eine Art von Gleitzeit machen, drei Tage Arbeit, drei Tage frei, Zweischichtbetrieb, Sonstiges. Also man kann ja auf die Leute zugehen ohne Ende. Man kann auch mal zeigen, was Tolles als Handwerk rauskommt oder wie stolz man sein kann, mal sein erstes eigenes Brot gebacken zu haben oder den ersten Sauerteig gut gemacht zu haben. Du hast am Ende halt was geschaffen. Genau. Und jedes Handwerk hat ja wirklich seine tollen Seiten, wo du am Ende des Tages sehen kannst, was du gemacht hast. Und jedes Handwerk ist tiefgründig genug, dass du dich ein Leben lang mit deinem Handwerk beschäftigen kannst und neue Dinge darüber erfährst oder besser wirst in dem, was du tust. Exakt. Du siehst dann auch irgendwann, und das geht ja relativ schnell, denke ich mal, die Verbesserung von, wow, das war mein erstes Brötchen oder mein erstes Croissant, bis zu dem, was du dann quasi da gerade am Anfang gesehen hattest. Also das sind schon coole Sachen. Ja, und gerade in dem Bereich hast du ja noch die soziale Komponente. Also gerade im Backhandwerk, du siehst die Leute, wie die dein Essen bekommen oder wie sie glücklich sind. Du kannst sogar als Charity machen und frische Brötchen ins Altenheim bringen oder Ähnliches und in die glücklichen Gesichter von Demenzpatienten blicken. Aber ja, das wäre Werbung, die man machen könnte. Stattdessen sitzt sie vor einem Auto und grinst. Ja, suboptimal. Ja, aber da ist noch keiner hingeblieben. Wir hatten jetzt eine Auszubildende in den letzten fünf Jahren und die ist nicht bei Influenz geblieben, weil wir ein kleiner Handwerksbetrieb sind und ihr nicht das zahlen konnten, was in der Industrie verdient. Und dann hat sie gewechselt, obwohl bei uns ein viel entspannteres Arbeitsklima war wie in der Industrie. Aber da ging es leider nur ums Geld. Aber das ist doch jetzt genau das Gegenteil von dem, was die davor gesagt haben. Sie haben vorhin ja gesagt, sie wollen eine gute Work-Life-Balance, sie wollen ein angenehmes Arbeitsumfeld, bla bla bla. Und jetzt widerlegen sie die eigene These vom Anfang mit. Naja, die ist gegangen, weil sie mehr Geld wollte. Ja, gut, ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Und wenn das so eine ist, die eher das große Geld haben will oder mehr Geld haben will, ich glaube nicht, dass du als Bäcker, wenn du dich nicht gerade selbstständig machst und dann so ein Star-Bäcker wirst oder so, dass du dann so viel rausholen kannst. Ja, aber Lehrjahre sind ja bekanntlich keine Herrenjahre. Also man weiß ja grundsätzlich, dass die Ausbildung erstmal eine Zeit ist, in der man wenig Geld bekommt. In manchen Ausbildungsrufen musste man ja früher sogar Geld bezahlen, um das überhaupt lernen zu dürfen. Bei manchen Studiengängen ist das heute noch so. Also man kann ja erstmal dankbar sein, dass man überhaupt Wissen vermittelt bekommt von seinem Lehrherren, der ja nochmal so einen Meisterbrief hat und richtig viel Ahnung hat von dem Thema. Und dann kann man sich langsam hocharbeiten. Aber natürlich wird man als Azubi keine 2000 Euro im Monat verdienen. Ja, und da wollen halt viele ansetzen, weißt du. Aber du kannst ja nichts. Also du bist ja tatsächlich eher eine Belastung für den Laden am Anfang. Ja, ja, ja. Aber da kommen wir später noch zu, wenn die halt sagen, dass sie halt bestimmte Forderungen auch an den Job haben. Nee, Quatsch. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe mir die Kommentare mal angeguckt. Da haben die Leute halt gesagt, ja, ganz einfach. Wir möchten eine gute Bezahlung und wir möchten nicht ausgenutzt werden. Ja, hallo Leute. Das ist halt eine Ausbildung. Geh mal irgendwie, mach mal eine Ausbildung zum Maurer. Was meinst du, was dann los ist? Ja, da darfst du ein paar Säcke schleppen, bevor du irgendwie mal eine Wand hochziehen darfst. Es ist genau so. Oder du wirst Sushi-Koch und kocht das erste Jahr einfach mal nur Reis. Also, und das ist das Einzige, was du machen darfst ein Jahr lang. Ja. Und musst einfach auch noch Geld bezahlen. Du kriegst kein Geld dafür. Oder mach ein Studium. Also, die meisten Studiengänge in Deutschland kosten zwar nichts, aber als Student musst du im Endeffekt auch von nichts quasi leben. Also, du hast als Student keine 2000 Euro, die du aus dem Fenster werfen kannst, sondern wenn du Glück hast, kriegst du BAföG und dann hast du so 700 bis 800 Euro im Monat plus Kindergeld, wenn überhaupt. Und im schlimmsten Fall kriegst du gar nichts, wenn deine Eltern zu viel verdienen. Ja, exakt. Von meinem Besuch nehme ich mit, Arbeitsbedingungen und Geld sind uns jung wichtig. Zu Recht, wie ich finde. Als Bäcker-Azubi gibt es im ersten Lehrjahr nur um die 700 Euro. Man kann Beihilfen und BAföG beantragen, aber kann das der Standard sein, dass man den Staat auch noch um Hilfe bitten muss? Also, ich finde, dass das nicht schlimm ist als Standard. Also, ich finde 700 Euro nicht wenig Geld. Kriegst du ja noch Kindergeld obendrauf. Ich glaube, das sind gerade 250 Euro. Das heißt, du bist bei 950 Euro im Monat als Auszubildender. Ist nicht schlecht. Davon kann man leben. Also, es ist nicht so, dass du da jetzt noch groß irgendwie einen Nebenjob brauchst oder irgendwie noch BAföG beantragen. Also, von 950 Euro im Monat kann man leben, wenn man nicht jetzt hohe Ansprüche an sein Leben hat. Ja, du wurdest ja nur in einer kleinen Bude. Günstiges Auto. Also, auch als Azubi kannst du ja in eine WG gehen. Also, du musst ja keine eigene Wohnung haben. Oder du schließt dich halt, wie gesagt, mit anderen zusammen. Dann zahlst du vielleicht 300 Euro am Ende für die Miete. Kannst dir ein billigstes Auto kaufen, wenn du überhaupt ein Auto brauchst. Also, ganz ehrlich, als Azubi, wenn dir eine Arbeit ständig ewig weit weg ist, tut es auch die Öffis. Also, wie gesagt, wer Studentenleben kennt, das reicht normalerweise aus. Dazu kommt auch noch, wenn du mit 16 in eine Ausbildung gehst und drei Jahre Ausbildung machst, dann bist du 19, da wohnst du noch zu Hause, Mann. Normalerweise schon. Ja. Normalerweise schon. Und selbst wenn du deinen Eltern irgendwie Geld dazugibst, weil du die mitentlasten möchtest oder dir das gut fänden, hast du immer noch genug Geld übrig. Genau. Ich weiß gar nicht, wie viel geht dann Steuern runter bei so einem Azubi-Gehalt? So gut wie gar nichts. Okay. Also, du hast ja einen Steuerfreibetrag von 9.000 Euro pro Jahr. Ja. Und erst darüber fängt überhaupt der progressive Steuersatz an. Ja, okay. Dann ist das ja fast... Kindergeld ist immer steuerfrei. Genau, genau. Also, im Endeffekt ist dein Brutto gleich netto. Im Backhandwerk kann es sogar noch sein, dass du zusätzlich Geld bekommst wegen Feiertag, Zuschlägen und Ähnlichem. Also, kann sogar sein, dass man noch mehr bekommt. Ja, plus Kindergeld. Und vielleicht hast du tatsächlich noch irgendwas, was du nebenher machst, oder deine Eltern unterstützen dich noch auf irgendeine Art und Weise. Die sind ja theoretisch auch unterhaltspflichtig, wenn du nicht bei ihnen wohnst. Also. Ich habe ein paar Mal jetzt schon mit Leuten zusammengearbeitet, die haben eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, ne? Und ich glaube, so viel mehr haben die auch nicht verdient. Und die wurden schon ausgenutzt, würde ich sagen. Also, halt dieses typische, es ist halt die günstigste Arbeitskraft, also ist es nur wirtschaftlich, dass man jetzt den Azubi da hinstellt und der die Ablage macht. Ja. Es macht keinen Sinn. Ich hatte auch mal sowas, da war ich Werkstudent und die haben gesagt, ja, du arbeitest doch die ganze Zeit mit diesem Programm, ne? Kannst du nicht irgendwie ins Ausland fliegen zu dem anderen Werk und den Leuten das da zeigen? Weil ich mit meinem Stundenlohn viel günstiger war und es genauso drauf hatte, als wenn du jetzt einen da runter schickst, der, keine Ahnung, 30, 40 Euro die Stunde verdient, ne? Mhm. So, dann bleibt seine Arbeit hier liegen. Man kommt nicht weiter. Das ist halt einfach wirtschaftlich gedacht. Ja, und du kriegst halt nun mal als Azubi die dummen Aufgaben, die kein anderer machen will. Das ist so, aber auch das musst du im Endeffekt akzeptieren und auch in gewisser Weise lernen. Also es gehört dazu, dass du die Fundamentals irgendwo lernst und bis zum Erbrechen übst. Und dann sind es die dummen Sachen wie irgendwas abschleifen oder irgendwie Kartoffel schälen, Reis kochen, irgendwelchen Teig kneten oder einfach die dümmsten Dinge. Oder eben Sachen scannen und kopieren, die andere Leute dir hinlegen. Ja, fegt die Halle aus. Klassiker. Man in ein dringend benötigtes Berufsfeld will. Andererseits denke ich, wenn wir nur an uns denken, wer macht dann noch die harte, schmutzige Arbeit, damit die Gesellschaft am Laufen bleibt? So bestimmte Sachen, die wir im Leben alle brauchen, also sowas wie Essen oder eine Straße, die funktioniert und so, das muss ja auch jemand machen, also bauen oder die Sachen herstellen. Müssen wir dann nicht auch mal gucken, was wird denn benötigt und dann vielleicht auch in so eine Richtung mal gehen? Schon. Ich denke halt, jetzt habe ich extra Abitur gemacht, zwölf Jahre. Und wenn ich keinen Bäcker machen wollen würde oder so, müsste ich ja nicht unbedingt Abitur machen. Ich hätte ja auch vielleicht nach der 10. aufhören können und dann schon mit der Ausbildung anfangen können. Dann hätte ich jetzt vielleicht die Ausbildung schon fertig und würde schon Geld verdienen. Jetzt habe ich das Abitur gemacht, jetzt will ich nicht das machen, sondern würde jetzt irgendwas machen, wo man vielleicht auch unbedingt das Abitur braucht, tierisch nutzt. Dann wäre halt Industriekaufmann. Ja, oder hättest du dir mal vorher Gedanken gemacht, bevor du dich durchs Abitur durchquellst, weil offenbar ist das ja nicht sonderlich viel Spaß gemacht. Also, er redet jetzt nicht ganz toll darüber, oh, ich weiß schon, was ich studieren will und dafür habe ich extra Abitur gebraucht. Naja, er sagt, jetzt habe ich Abitur, jetzt muss ich es ja auch irgendwie nutzen, weil ich habe es ja. Ja. Wenn der Industriekaufmann wird, dann kriegt er halt 100 Euro mehr oder sowas. Super. Ja, er kann auf Gender Studies studieren, dann kriegt er 100 Euro weniger. Und vor allem, er kann ja tatsächlich Bäcker werden. Also, es wäre ja kein Problem. Wenn du dich selbstständig machst, wo du deinen Meisterbrief haben möchtest oder ähnliches, hast du ja genug Möglichkeiten, dich weiterzubilden und bist auch geistig gefordert. Also, es ist ja nicht so, als ob das einfach dumme, stumpfe Arbeit ist, wo du dein Hirn nicht mehr einschalten musst. Und in Zweifel kannst du immer BWL studieren, wenn du einen eigenen Betrieb haben willst. Teilweise ist es auch so, dass die Leute, die Ausbilder sagen, ja, dann mach noch irgendwie Abitur oder Fachabitur, einfach weil du dann zwei Jahre älter bist danach und dann bist du einfach nochmal viel reifer. Da kann man mit dir anders umgehen als mit einem 16-Jährigen, so weißt du, der den Mund auch nicht aufkriegt, gerade aus der Realschule oder sowas kommt, ne? Ist natürlich auch typabhängig, ne? Es gibt die... Definitiv. Da merkst du halt einfach, die reden halt wie so ein richtiger Handwerker und die gehen dann auch danach ins Handwerk. So mit 16 machen die eine Ausbildung und die passen da genau rein, ne? Ja, aber wenn du Bock auf den Beruf hast, ist es doch richtig gut. Fang mit 16 an, bist mit 19 durch, verdienst dein eigenes Geld. In dem Fall zwar teilweise nur Mindestlohn, aber auch Mindestlohn bedeutet ja, dass du 2100 Euro oder so brutto bekommst. Ja. Also es ist ja trotzdem was, also solange du keine Familie hast und die komplett aushalten musst, ein Auto und irgendwie eine große Wohnung für dich allein, kommst du mit 2000 Euro locker hin. Und du hast dann immer noch alle Chancen, mach einen Techniker, mach einen Meister, oder? Und dann bist du, hast du angefangen mit einer Ausbildung zum Mechaniker, hast Techniker oder Meister gemacht und bist dann Leiter von so einem Werkzeugbau oder sowas. Ja, und spätestens wenn du selbstständig bist, hast du ja die guten Einkünfte. Also schau dir mal die Preise von heutigen Handwerkern an. Also da bist du schnell bei 60, 70 Euro Stundenlohn. Selbst bei einem Maler oder bei einem Fugen, bei einem Fliesenleger oder ähnliches. Also die sind teuer geworden, die Berufe. Halt auch solche Jobs werden ja einmal schlecht bezahlt. Ich meine, ich habe jetzt, wie gesagt, vier Monate lang Kassiererin gemacht und da waren auch Leute bei, die da teilweise schon 20 Jahre bei Netto gearbeitet haben und die wirklich also halt Mindestlohn verdient haben, teilweise echt schlimme Arbeitszeiten hatten, dann nicht sehr flexibel waren und dann halt noch wirklich schlechte Behandlung einfach auch von Menschen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sowas echt abschreckt, weil so an sich, wenn jemand einfach so praktische Arbeit so in dem Sinne mag, wäre das ja vielleicht eine Option, aber schlechte Bezahlung und schlechte Behandlung führt heute dazu, dass es keiner machen will. Warum hat die so dreckige Zähne? Weiß ich nicht. Offenbar war sie aber auch in einem Dienstleistungsberuf und regt sich auf darüber, dass manche Menschen unfreundlich ihr gegenüber sind. Also auch das ist irgendwo unverständlich. Und da kommt auch zu, es ist halt wirklich so, nicht jeder hat das Potenzial, Informatiker zu werden, Maschinenbauingenieur oder sowas. Das ist halt so, nicht jeder Kassierer bei Netto kann halt diese Berufe aussehen. Also ehrlich, nicht jeder Kassierer bei Netto hat überhaupt eine Ausbildung. Das sind nochmal so ungelernte Kräfte, die da einfach anfangen. Weißt du, wo es am allerschlimmsten ist? Bei Burger King. Ja? Und da muss ich hier jetzt mal wirklich ... Da habe ich aber echt die Sch*** voll hier. Also bei Burger King ist es ... Und das ist die Erfahrung, die habe ich schon in mehreren Burger Kings gemacht. Da gibt es ja jetzt diese Bestellterminals. Warst du mal in letzter Zeit bei Burger King? Nee, überhaupt nicht. Ey, muss man machen. BK ist gut, aber nicht zu oft. Ich habe neulich sechs Vegan Nugget Burger gegessen. Alter, mir war so kotzübel danach. Das macht es jetzt nicht gerade schmackhaft. Vielleicht nicht die Menge, ne? Also ... Nee, aber die haben jetzt immer diese Bestellterminals. Das heißt, du gehst rein, du musst gar nicht mehr mit den Leuten labern. Und dann tippst du ein, was du brauchst. Die kriegen das hinten auf dem Bildschirm und dann packen die eine Pommes ein, eine große, eine vegane Mayo oder Ketchup oder sowas. Und dann einfach noch ein Doppel-Wopper und fertig, ne? Das führt dazu, dass die Leute, die da jetzt mittlerweile arbeiten bei Burger King, die sprechen nicht mal mehr richtiges Deutsch. Ja, hast du auch keine Kundeninteraktion? Nö. Brauchst du auch nicht. Die müssen eigentlich nur auf dem Bildschirm gucken, nach Bildern, Sachen einpacken und fertig. Nehmen die dann Geld von dir noch oder zahlst du schon am Terminal? Also hast du noch ... Die reichte die Tüte und das war's. Genau. Also du kannst sagen, per Kasse zahlen, dann kriegst du quasi diese Rechnung außer Druck, gehst du hin, dann gucken die drauf. Das heißt, die müssen nicht mal mit dir reden. Gibst denen das Geld. Die tippen das in die Kasse ein. Dann steht der Betrag da, den sie dir zurückgeben müssen. Und dann fertig. Dann musst du nach links gehen, in den Wartebereich, dass man dir den Burger gibt. Mhm. Ja, Burger King ist immer eine Erfahrung wert, immer ein Abenteuer. Ich glaub, die Jobs werden auch die ersten sein, die komplett von AI übernommen werden, irgendeine Art und Weise, komplett digitalisiert, dass es da irgendwann keine Menschen mehr gibt. Mit der könnt man wenigstens reden. Die wär vielleicht auch freundlich. Schlechte Behandlung durch Kunden, meint Tamara. Und in diesem Punkt stimme ich ihr zu. Wenn ein Job wichtig ist, also ohne ihnen nix geht, dann muss er einfach mal die entsprechende Anerkennung bekommen. Vielleicht finden sich dann auch wieder Leute dafür. Stopp. Wie viele sagen denn Danke, wenn du denen was zu essen bringst? Ich denk mal viele. Oder wenn du denen die Karte bringst, dann sagen die auch Danke. Also ich glaub auch, die meisten Dienstleistungsberufe haben gar kein so großes Problem unfreundlich. Selbst Leute an der Kasse würden ja ein schönes Wochenende gewünscht oder ähnliches. Ja, was natürlich dann wahrscheinlich hängen bleibt, weil es dann irgendwann zur Normalität wird, dass man sich bei dir bedankt, wenn man einem die Karte gibt. Dass dann halt eben diese negativen Ereignisse sich viel mehr reinbrennen. Das ist so, als wenn man einen gemeinen YouTube-Kommentar bekommt. Du scrollst so durch. Ah, gutes Video. Tolles Video. Alter, du redest die größte Scheiße. Und das darfst du halt nicht an dich ranlassen. Also es gibt genug Leute, die sich wahrscheinlich bei dir bedanken. Ja, und ich bleibe, das ist ein Dienstleistungsberuf. Du musst damit rechnen, dass Menschen unfreundlich zu dir sind. Das darfst du halt nicht persönlich nehmen. Also es ist ganz normal, dass Menschen einen schlechten Tag haben und wenn sie einkaufen gehen, dass man das Sehen anmerkt. Nicht jeder Mensch hat volle Kontrolle über seinen emotionalen Zustand. Und ja, manchmal wird man angepumpt und manchmal haben die halt einfach einen schlechten Tag. Wenn du das nicht persönlich nimmst, schüttelst du das ab und das ist gut. Wenn du durch ein kleines Schneeflöckchen bist, das direkt auf sich bezieht, selber super unsicher ist und sich dann denkt, dass man selber einen kleinen Fehler gemacht hat oder man eine schlechte Person ist oder unfähig ist, dann kannst du halt in solchen Berufen nicht arbeiten. Ja. Kennst du das Video von so einer Frau, die in so einem, es war so ein Bootsverleih, habe ich in den Kommentaren gelesen, aber man sieht das nicht. Natürlich, die steht da, so eine Frau ist da am Tresen und sie schreit die voll an und bla 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 und sie möchte gerne mit dem Manager sprechen und dann die Kassiererin, so ein junges Mädel, keine Ahnung, lass die Mitte 20 gewesen sein, die sagt so, okay. Und dann dreht sie sich so weg, dreht ihr den Rücken zu, geht runter unter den Tresen, kommt wieder hoch und dreht sich wieder zu ihr. Hi, ich bin der Manager, was kann ich für sie tun? Und dann die Alte da vor allem rumschreien, what the fuck schreit der da rum? Das ist mein Problem. Was ist mein Problem? Du hast mir gerade, wie du deinem Landlern hast. Ich will rent ein Yacht. Ich sehe sie alle da, wir haben nicht mehr Yachts für Renten. Ich sehe sie. Wer sind sie? Sie sind persönliche Yacht. Ich kenne leider das gegenteilige Video. Kennst du das von dem Transgender bei Starbucks Arbeit und Mental Breakdown hat, weil er irgendwie eine Überstundenschicht machen muss und ein Consumer ihn misgendert hat und dann eine Viertelstunde irgendwie in dem Video rumheult, wie furchtbar sein Job ist. Ist das nicht diese Transe, die aussieht wie das übelste Tier? Ich kann eins mal raus, aber wir können es ja einblenden zumindest mal kurz. It's ma'am. Don't call me sir. I'm ma'am. Vielleicht schicke ich dir den Link dazu. Dann bockt der Typ noch was um, glaube ich, wenn es das Video ist. Also es ist auch ein Klassiker. So ein Typ mit so langen, blonden Haaren. Nee, ich meine ein anderes. Aber wie gesagt, ich schicke es dir mal später und dann kannst du überlegen, ob du es mit reinpackst. I don't want a house. We need a union because this can't happen. This can't happen. We need fair scheduling. We need managers to hold themselves accountable for helping their workers. They refuse to turn mobile orders off. We need the liberty to be able to do that because there's so many mobile orders and I need to get through all of them. and then people are yelling at me because they don't have their orders ready. And they don't know what to do. And a customer was misgendering me tonight like really badly. I didn't have their order ready. And so they were just like totally talking to each other and they're like, she's clearly incompetent. I have a full mustache and beard. What the fuck? Ach, der sinnlose Versuch mit dem Schluck Marte. Schleichwerbung. Okay, dann möchte ich ja mal kurz eingreifen. Ich finde Mio Marte besser als Club Marte. Club Marte bringt meinen Körper irgendwie, also der reagiert da drauf und ich kriege Kopfschmerzen von der Plörre. Ich finde den Geschmack einfach nicht besonders toll von sowohl Club als auch Mio. Ich trinke es mal, aber nicht besonders häufig. Andererseits bin ich eh nicht so die Person, die sich ständig mit Koffein boostet und wach hält, also bin ich tatsächlich eher die Person, die Schlaf bevorzugt und einen gesunden Schlafrhythmus und genug Sport und dann hält man seinen Alltag auch durch. Aber in dem Fall verstehe ich es, er will ja die Nacht durchmachen, also fängt jetzt irgendwie um eine Nachts an und will bis, keine Ahnung, neun Uhr noch backen. Also soll sich voll pumpen, ist er ja gewohnt aus einer Camp-Sex-Doku, wie das geht. Also hat er gute Tipps bekommen, wie man so eine Nacht durchmacht. Hast du sonst noch irgendwelche körperlichen Reaktionen bei irgendwelchen Getränken? Nee, gar nicht. Nicht? Alkohol. Okay, aber Energydrinks? Schon mal getrunken? Ja, hin und wieder. Aber wie gesagt, das macht mich halt ein bisschen wach und ein bisschen Herzrasen. Okay, ich kriege davon die übelsten Nierenschmerzen. Nee, das die Probleme habe ich nicht. Okay. Samstag früh, 0 Uhr 30. Gleich ist Dienstbeginn, denn ich will heute in einer Bäckerei mitarbeiten. Also jetzt mal ehrlich. In der Pfalz bei Fabienne. Warum, wenn der jetzt zur Arbeit geht, geht er mit zwei Koffern denn dahin? Will der in Urlaub fliegen? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, er hat einfach ausgecheckt aus seinem Hotel, weil er eh nicht wiederkommt und er will Geld sparen und Funk zahlt nur eine Nacht oder so. Ja. Und deswegen fährt er auch bei Fabienne mit und gibt sich kein Taxi oder so, weil Geld sparen wird. Funk hat da kein Geld. Und Spesengelder ist ja so, je mehr er ausgibt, desto weniger hat er für sich. Dementsprechend überall sparen und dann... Der jungen Bäckerin vom TikTok-Seminar. Fabienne hat verschlafen ausgerechnet heute. Ach Mensch. Ausgerechnet an dem Tag. Ganz ehrlich, also warum wirft er sie jetzt so unter den Bus? Also stell dir vor, du bist eine Bäckerin. Also die hat ja keine Social Media, also keine große Erfahrung mit Kamerateams. Also wenn ich wüsste, morgen kommt ein Kamerateam in meine Bäckerei oder die von meinem Vater, ich würde doch auch nicht gut schlafen. Also ich würde wahrscheinlich noch stundenlang wach liegen und würde dann irgendwie eine Stunde vorher einschlafen und dann kann es halt passieren, dass er seinen Bäcker überhört, wenn du eine Stunde Schlaf hattest. Aber wie gesagt, warum muss er das jetzt so ausbreiten? Ja, die hat verschlafen und gerade jetzt an dem Tag, wo wir da sind, als ob das, ja. Erstmal das und meine vielleicht übergeordnete Frage wäre noch, warum ist dieser Teil überhaupt mit in dieser Doku drin? Warum macht man nicht einen Cut und sagt, so, jetzt sind wir in der Bäckerei. Was ist da los? Wahrscheinlich, weil es einfach zeigen soll, wie beschissen die Arbeit ist. Du musst spät aufstehen, du verschläfst manchmal. Also irgendwie so ein Anti-Video eher für Bäckerhandwerk oder für Handwerk generell. Ja. Wo wir mit der Kamera dabei sind. Ich glaube, gestern hat sie noch gesagt, dass es ganz selten mal vorkommt. Der Papa tut mir ja leid, der steht, glaube ich, hallo Licht, der steht, glaube ich, seit um 20 Uhr oder 21 Uhr in der Backstube und wartet bestimmt sehnsüchtig auf meine Hilfe heute. Man kann schon mal verschlafen, wenn man um 1 Uhr anfangen muss zu arbeiten. Also no offense. Ja, no offense. Wir haben es jetzt nur zwei Minuten hier ausgebreitet, aber man kann schon mal verschlafen. Ist zwar blöd, dass ich jetzt hier draußen stehe und wie bestellt und nicht abgeholt, aber no offense. Wir nehmen das nur auf. Morgen. Und werde ich heute eine Hilfe sein oder werden wir es eher bremsen? Das sehen wir dann. So, gehen wir mal rein. Es riecht auf jeden Fall schon nach Backen. So hast du deine sauberen Schuhe schon angezogen. Ja. Das waren meine Hallenschuhe, glaube ich, als ich 17 oder 18 war. Die sind so lange nicht mehr getragen. Die passen aber noch. Und die sind jetzt wieder total cool. Total. Auch da frage ich mich tatsächlich, warum ist das in der Doku? Also, warum braucht es diese Interaktion zwischen Journalist und Kameramann? Also, soll ich mich jetzt sympathischer machen oder soll das zeigen, wie fehl am Platz er da ist? Über das Thema alte Schuhe von Essex. Vielleicht ist es auch eine Schleichwährung. Product Placement da, das sind meine coolen alten Hallenschuhe. Ja. So, dann geht's los. Noch eine Schürze. Oh, okay. Hallo. Hi, ich bin Nico. Hi. Felix ist Fabiens Papa und hat seine Bäckerei 1991 gegründet. Die Backstube hier hat die Familie erst vor wenigen Jahren ausgebaut. Die Kosten müssen also erst mal mit harter Arbeit wieder reingeholt werden. Ich habe mich ganz in der Reihe gelegt. Ich kann mich korrigieren, ja? Ich hätte nichts kaputt, es ist noch Teig. Es sind sehr viele Brötchen. Man muss sie halt auch herstellen, ne? Ja. Ich müsste alle Brötchen, die jetzt im Moment noch auf Blech sind, in den Körbe gemacht werden. Okay. Übelgeil. Also ich finde tatsächlich, das ist ein guter Ausschnitt, dass man einfach sieht, was alles gemacht wird, viele verschiedene Dinge, wo er überall mithelfen kann und das am ersten Tag schon, also dass er nicht nutzlos einfach daneben steht und die Sachen sehen tatsächlich richtig gut aus. Ja. Mega. Normalerweise passt drin. normalerweise stapel ja auch ich nicht. Ne. Was denkst du und wie lange du hier noch arbeiten kannst? Du bist ja nicht mehr 30. Ah, naja. No offense, ne? Ja, das will alle heute mal unter den Bus schmeißen. Einmal hier, einmal du bist alt, du hast verschlafen. Die ganze Familie nimmt er auseinander. Wie lange ich noch arbeiten kann, wenn die Gesundheit so bleibt, wie sie im Moment ist, kann ich noch ein paar Jahre machen. Ja, bis er in Rente ist und selbst dann noch. Ja, bis ich in Rente bin, ja. Und wer kommt danach? Tja, na, soll ich jetzt sagen, sie? Die Hoffnung, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Aber sie braucht ja auch Kollegen, ne? Das ist das Problem. Er ist auch nicht viel jünger wie ich, ne? Er hat auch fast die 60 voll. Und den nächsten drei gezogen. Er hat fast voll. Und wenn kein Junge landet, man braucht nicht nur Architekte, die die Häuser planen, man braucht auch einen Aura, die sie bauen, ne? Man braucht nicht nur dieses Brot essen, man braucht auch die, was backe, ne? Und ich glaube, äh, wenn man jetzt wohl die Welt, die Weltlage betraf, Alter, stopp, stopp, das wird jetzt übel, traurig irgendwie. Ich finde, er redet sich jetzt so in so ne, ja, und, und dann ist so, und, ja, also, es läuft alles irgendwie in den Bach runter, und, ja, ich glaube, er spricht auch gleich noch Thema Krieg oder sowas an, wir können ja mal kurz, äh, warte, dann stoppe ich nochmal. Du kannst das einfach ausreden. Ich glaube, die Unabhängigkeit fängt nicht nur an, äh, mit, mit der Halbleiter. Wenn wir kein Brotmesse essen haben, brauchen wir keine Halbleiter. Ohne Mampf kein Kampf, ne? Warte mal mal ab. Ja, also tatsächlich, du kannst das komplett ausgrauen, Regentropfen einfügen, und, furchtbare Weltsituationen, Thema Krieg natürlich mit reingebracht, weil, weil das ist ja natürlich wichtig in der heutigen Zeit. Und, der weiß. statt dass man irgendwie erwähnt, dass durch die Gaspreise ein Problem für Bäcker sind im Moment, weil durch die Erzeugerpreise massiv für Backwaren steigen, geht es um den Krieg vor der Haustür, als ob, als ob wir eine Bedrohung hätten, also, dass das jetzt irgendwie Russland in Deutschland einmarschieren würde. Also, die Ukraine ist so weit weg wie Syrien. Also, nur von der groben Distanz her. Du kannst weiter, ne? So, jetzt tun wir mal unsere Rechte, unsere Rechte. Jetzt muss mal ein bisschen was arbeiten noch, ne? Ja. Wie lange haben wir noch, bis das Geschäft aufgeht? Drei Stunden. Nein, drei Stunden machen wir noch viel. Machen wir noch viel, ja? Okay. Richtig gute Kameraaufnahmen. Ja, die waren richtig gut. Ich glaube nur, dass du die Musik da rausnehmen musst, an den Stellen, weil ich glaube, die können copyrighted sein. Also, dass du es entweder beschleunigst an der Stelle das Video insgesamt oder ob du es tatsächlich komplett rausnimmst, den Sound. Ja. Und dann halt eine Nachricht drüber packst mit rausgenommen oder gemutet, weil Copyright Issues. Wer war das? Sido? Kann gut sein. Müsste ich selber nachschauen. Hm. Kann man essen. Schon praktikant, aber mal echt. Es gab mal Zeiten, da war da mehr Käse drauf auf so einem Käsebrötchen. Ja, die müssen auch sparen. Aber man kann, man kann es essen. Also, das ist das Lob des Deutschen. Kann man schon essen. Bei dem handgebackenen Brötchen, das er selber gerade gemacht hat. Ja, das ist, kann man schon essen. gesagt haben, wenn der Heid froht, ob er du lernen kannst, den stell mal sofort in. Dem hat mal Emo was gezeicht, vielleicht noch ein zweites Moor und es hat geklappt. Der Bub ist aus der Backstube und hat gesagt, ich fange im Sommer an, Bäcker zu lernen. Ich mache keine Schule mehr. Und der wollte wirklich nur die zehnte Klasse hier anfangen und hat dann von seinen Freunden und seinem Papa das leider madig gemacht. Weißt du, was die für ein Dialekt spricht? Hessisch. Hessisch ist das, okay. Ja. Ich finde es auch gut, dass sie das drin lassen und nicht untertiteln, weil teilweise machen die das ja im Öffentlich-Rechtlichen, dass die Dialekte untertiteln. Ja. Aber da finde ich es tatsächlich cool, dass die das so lassen. Aber ich fand, das war jetzt noch alles verständlich. Ja, ja, war komplett verständlich. Was mich eher wundert an der Story, die sie erzählt, also eigentlich ist das der Tenor des Videos ja, dass die Gen Z sich selbst verwirklichen möchte und und ja, ihren Interessen nachgehen und dann schildert sie die Geschichte von einem jungen Mann, der bei ihnen angefangen hat und richtig Bäcker werden will und das geil findet, sich das dann aber ausreden lässt. Ja. Hier wird eine fleißig arbeitende Person gezeigt aus der Generation Z, die wahrscheinlich später den Laden übernehmen wird. Also, so viel zum Thema, die haben keinen Bock auf Arbeit, ne? Also offenbar, wenn es dir Spaß macht oder du durch die Familie da reingebracht wirst. Also ich nehme mir an, sie hat die Begeisterung fürs Bäckerhandeln von ihrem Vater übernommen. Also, was ja ziemlich cool ist, wie es früher ja auch eigentlich war, dass die Eltern die Kinder eingeführt haben in ihren Beruf, in ihre Berufung, in das, was ihnen Lebenssinn und Inhalt gibt und dann konnte man irgendwie diesen Geist und Spirit weitergeben an die Kinder und die Motivation und zum Großteil oder zumindest eines der Kinder hat häufig dann den Beruf weitergeführt. Das Problem ist, wenn du jetzt halt Bankkauffrau bist oder sowas, versuch da mal den Spirit deinem Kind weiterzugeben. Also, im Handwerk geht das, bei den meisten anderen Berufen halt nicht. Witzigerweise, ich kenne sogar eine Familie, da sind die beiden Eltern Bankkaufleute und die beiden Söhne auch. Das größte Problem sind die Arbeitszeiten, denn außer den Croissants wird hier alles selbst gemacht, sieben Nächte die Woche. In der Akademie hatte der junge afghanische Bäcker vorgeschlagen, erst tagsüber zu backen, später zu verkaufen mit weniger Auswahl. Von dieser Idee höre ich während meiner Recherche immer wieder. Es muss ein anderes denken geben bei der Kundschaft. Nicht meins reinkommen, oh, das Boot ist noch nicht fertig. Geh nicht halt wieder. Gibt es auch noch Kunden, die gibt es. Nicht wenig. Mehr als man denkt. Wenn nicht um 9 Uhr dann schon was leer ist und dann, oh, haben da doch nichts mehr. Und dann ist jetzt leider schon alle. Nächste Mäu gibt es wieder. Die dann beleidigt sind, weil sie jetzt nicht die volle Auslage haben. Oder, ja. Das ist eben das Konsumdenke. Und ich glaube, das muss auch einfach die Junge, so mein Alter, da ist das schon wieder weniger, die kommen ab 11, ach, das ist ja schon fast alles weg, ist ja super, müssen ja nichts wegschmeißen. Also, aber so die, wo noch ein bisschen älter sind, du isst noch so, die dann im Supermarkt das ganze Regal voll haben wollen. Wo ist da jetzt das Problem, dass Leute nicht im Bäckerhandwerk anfangen? Also, ich verstehe die Verknüpfung da jetzt nicht zwischen Konsumverhalten, der alten Generation, die eh ausstirbt und der neuen Generation, die es geil findet, selbstgebackenes Brot zu haben und dich unterstützt und es auch gut finden, wenn Dinge ausverkauft sind. Also, wo ist da jetzt das Problem? Nach der Verknüpfung verstehe ich ja, dass man irgendwie viel backen muss und immer alles frisch haben muss. Ja, ja. Ja, aber was halt ausverkauft, ist es ausverkauft. Und ganz ehrlich, wenn du zum Bäcker gehst, dann sind irgendwann die Sachen ausverkauft. Und dafür hast du qualitativ hochwertige Sachen. Und später erfährt man ja noch, dass man sogar vorbestellen kann bei denen. Also, du kannst sagen, ich hätte gern am XY, Sonntag, hätte ich gerne Brot, das und das und die legen dir das in der Tüte zurecht und kannst es abholen zu einer Zeit, wann auch immer du willst. Ja, eben. Wenn du eine große Grillparty machst im Garten und du brauchst, keine Ahnung, 50 Brötchen oder so, dann machen die das und legen das zur Seite. Ja, oder wenn das Oma Ilse ist, die jeden Mittwoch ihr Körnerbaguette abholt, dann ist das halt einfach zurückgelegt für sie. Ja. Also, so war das ja auch im Dorf immer. Man wusste, wer was kauft ungefähr und die Sachen wurden teilweise schon zurückgelegt und dann wurde sogar gefragt, wenn die Person mal nicht gekommen ist, wurde bei der Person nicht angerufen, man kannte sich ja eh und dieses ganze Netzwerken, das gab es ja schon immer und dadurch auch so ein bisschen die Marktbestimmung. Also, der Markt bestimmt ja, was du eigentlich machen musst. Ja. Dementsprechend verstehe ich nicht, wo jetzt das Problem ist, wenn was mal leer ist und dann halt jemand reinkommt und dann gibt es halt die Sachen nicht mehr. Also, man verliert den Kunden deswegen ja nicht. Man kann ihm sagen, sie können es vorbestellen oder sie nehmen, was wir jetzt noch da haben. Im Zweifelsfall hat man vielleicht sogar noch Brot vom Vortag, was er kostengünstiger mitnehmen kann oder sonst. Also, gibt da Marketingtricks, die man trotzdem bei Stange und gut gelaunt hält. Ja, also, deinen Umsatz hast du ja gemacht. Ob es jetzt weg ist oder nicht, also, beziehungsweise, wenn es dann weg ist, dann ist es halt weg. Dann hast du alles verkauft und deinen maximalen Umsatz davon rausgeholt. Genau, also, das schadet jetzt nicht der Person, die angestellt ist. Wenn weg, dann weg. Der Umsatz ist gemacht. Das heißt, du hast deine Arbeit gemacht und als Selbstständiger hast du deinen Gewinn gemacht für den Tag. Ich glaube, das muss ich auch einfach wandeln. Die Service-Mentalität, dass alles immer jederzeit zur Verfügung steht, die müssen wir vielleicht mal hinterfragen. Denn das funktioniert eben nur, wenn zu jeder Unzeit Leute Regale einräumen, Essen ausfahren, hinter der Kasse sitzen. Alles immer haben wollen, aber selbst nicht nachts arbeiten wollen, das geht halt nicht. Ich finde übrigens die Musikauswahl hier ziemlich manipulativ. Also, das ist nämlich Einzelleder, das ich kenne und das ist KIZ, hurra, die Welt geht unter im Hintergrund. Ah, okay. Für mich war das gerade einfach nur irgendwie so ein Instrumental-Beat. Ohne ... Also, wenn ich mich nicht täusche, müsste das das Intro von KIZ sein dazu. Also, wo es tatsächlich darum geht, dann im Endeffekt die Gesellschaftsordnung zu zerstören, die gerade da ist. Was hältst du davon, wenn zum Beispiel so Supermärkte oder so bis 22 Uhr aufhaben? Es kommt drauf an wann. Am Wochenende halte ich gar nichts davon, weil es ist einfach unnötig. Also, die meisten Leute können am Wochenende einkaufen gehen vor 22 Uhr. Ja. Ja. Und in Österreich ist es so, da haben die Läden bis 19 Uhr auf. Ja, funktioniert auch. Also, ich verstehe die Probleme auch nicht, warum man jetzt sagen muss, ich muss 24-7 alles bereitstellen oder bereit haben. Die Menschen passen doch ihr Leben an, an die Dinge, die du bereitstellst. Eben. Wenn du sagst, deine Bäckerei ist nur von 9 bis 12 Uhr offen, dann kommen die Leute auch nur von 9 bis 12 Uhr. Weil sie haben ja keine andere Wahl. Und die werden sich daran gewöhnen. Wenn dein Brot überzeugt, dann kommen die zwischen 9 und 12 Uhr. Ja, in Österreich ist bisher auch noch keiner verhungert, weil der M-Preis um 19 Uhr geschlossen hat. So, dann gehst du halt vorher einkaufen. Also, dementsprechend musst du deinen Alltag halt so gestalten. Also, wie gesagt, ich verstehe es, dass es sagt für irgendwie Leute, die im Schichtbetrieb arbeiten und irgendwie erst um 20 Uhr rauskommen oder sowas, oder die auch am Wochenende arbeiten müssen. Ja, aber die haben trotzdem irgendwo einen freien Tag unter der Woche, wo sie trotzdem einkaufen gehen können. Also, man muss halt sein Leben um die Arbeit dann strukturieren in dem Moment. Aber es ist nicht die Aufgabe der Stelle oder der Bäckerei dann für jeden alles perfekt zu machen. Ich glaube, das ist eher der Punkt, den die neue Generation auch eher haben möchte. Dass halt für jeden Lebensstil und jede individuelle Entscheidung keine Konsequenzen geben darf, keine negativen, sondern alles so bestmöglich gemacht werden muss, dass dein Leben so einfach wie möglich funktioniert. 6 Uhr ist es bald. Bevor der Laden öffnet, wird die Auslage bestückt und etliche Regale mit Vorbestellungen gefüllt. Der Laden läuft, das Brot wird verkauft, nur wer es bäckt, das ist das Problem. Wie du es mal erwähnen, die Preise sind extrem günstig. Also 2,20 für ein Leib Brot? Also ich will da nicht den marktwirtschaftlichen Wert dieser Bäckerei irgendwie in Frage stellen, aber bei mir hier für handwerksgebacktes Brot zahle ich 4 Euro für ein Leib. Also ich weiß nicht, ob die Preise massiv erhöht haben, seit dem Doku rausgekommen ist, aber wenn die nur so wenig verlangen, dann verstehe ich, warum sie vielleicht Probleme haben mit ihren Finanzen oder ihrem Azubi nicht so viel zahlen konnten, wie er gerne gehabt hätte. Als wir den Laden eröffnen, Samstag früh um 6 Uhr, stehen die ersten Kunden schon vor der Tür. Oh geil, das ist so richtig urdeutsch. Zur Laden der Öffnung schon da stehen und warten, bis man rein darf. Ich habe neulich so ein Video gesehen, da standen Leute in der Schlange, obwohl die Bude noch gar nicht da war. Hattest du das auch gesehen? Kennt das einer? Vielleicht mal so an die Leute, die das hier gucken. Ich kenne das sonst immer nur bei sowas wie das neue iPhone kommt raus und dann bilden sich diese ellenlangen Schlangen in Amerika vor den Shops. Ah genau. Die warten da dann ewig. Aber das war wohl irgendwie so ein Wochenmarkt und die haben halt einfach schon gewartet, bis die Bude da ist und der fährt dann vor und dann kannst du dir Sachen holen und dann stand da schon die Schlange. Ja, aber wer zuerst kommt, malt zuerst. Er kann sich jetzt das frische Brot aussuchen. Genau, er hat ja vielleicht auch Sorgen, dass alles ausverkauft ist, wenn er in einer Viertelstunde kommt. Also plötzlich ist der Laden leer. Man weiß ja nie. Guck an und auch hier links das gute Ding von Bild. Beim Bäcker kann man sich immer die Bild holen. Das war schon damals so. Ich weiß gar nicht, wie das geregelt ist. Also ob einfach jede Bild-Zeitung, jede Bäckerei anschreibt und damit Werbung machen will oder ob es tatsächlich irgendwelche Deals gibt, dass wenn Bäcker die Bild auslegen, dass sie richtig viel Kohle von Bild kriegen. Also ob es da klassische Marketing-Verträge gibt, dass Bild einfach omnipräsent ist. Ja, ich musste meine Oma immer damals eine Bild-Zeitung holen. Guten Morgen. Jetzt reibst du dir ein bisschen die Augen. Bist du müder? Ja, das ist jetzt so nett. Das war schon wieder eine Suggestivfrage. Also eine Beobachtung plus Suggestivfrage und irgendwie wird ja auch das Bäckern verdammt nicht gut dargestellt. Also die Leute sind übermüdet, sind schlecht bezahlt, schlechte Arbeitszeiten, unhöfliche Kundschaft, die viel zu viel fordert und obwohl sie müde ist, jetzt muss sie auch noch arbeiten und mir auch noch dumme Fragen beantworten. Das ist das Urloch. Jetzt so das erste Tief. Die meiste Arbeit ist geschafft. Jetzt ist nur noch ein bisschen Ufräume putze und so weiter und dann geht es gegen Feierobens und dann kommt so Tief. Aber das ist auch wieder vorbei, so zehn Minuten und dann ist es wieder gut. Direkt nach der Arbeit geht Fabienne noch zum Tanztraining. An anderen Tagen holt sie mittags Schlaf nach. Freunde, Partner, ihre Meisterausbildung, alles muss gut geplant sein. Und hinten in der Backstube ist auch noch mehr zu tun als gedacht. Weitere Brötchen für den Verkauf, Mohn- und Sesamstangen für eine Veranstaltung, Pizza. Bis neun Uhr helfe ich noch mit. Das sind eigentlich okay Arbeitszeiten. Also wenn man sagt, von eins bis neun sind es acht Stunden mit einer kleinen Pause wahrscheinlich dazwischen. Ja, dann bist du so bei effektiv bei siebeneinhalb Stunden Arbeitszeit, weil arbeitsrechtlich musst du irgendwie mindestens eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde Pause mit einbeziehen. Genau, also inzwischen dann auch ein bisschen Downtime oder ein bisschen entspanntere Dinge, wo es tatsächlich eher einräumen oder solche Sachen und nicht aktiv Teig kneten, viel rummachen, sowas wie Preisschilder aufhängen oder sowas oder tatsächlich jetzt das Einräumen ist jetzt nicht so super anstrengend. Ich denke mal, in den ersten drei Stunden hast du ja ordentlich zu tun und dann nimmt es so ein bisschen ab. Würde ich jetzt mal behaupten. Was ich auch nicht verstehe, ist warum da jetzt angesprochen wurde, dass es ja so schwer ist, sein Leben zu organisieren. Also jeder Mensch mit einem Vollzeitjob muss sein Leben irgendwie organisieren. Also du musst Hobbys unterbekommen, deinen Partner, deine Familie, Einkaufen, Haushalt und sonstiges. Das ist jetzt bei ihr nichts Besonderes. Also nur, dass sie halt in einem anderen Rhythmus lebt als halt in klassischen Schichtrhythmus. Immerhin kann sie zum Einwohnermeldeamt oder zum Verkehrsamt oder sowas gehen, ohne sich einen Tag Urlaub zu nehmen, weil die arbeiten ja gefühlt immer nur so von neun bis eins. Das stimmt, das ist ein großer Vorteil. Und auch sowas wie Post entgegennehmen am Morgen oder bei einem Paketboten kommen, kriegt sie alles mit, kann direkt alles reinholen und muss dann nicht zum nächsten Paketshop rennen. Wie gesagt, das hat seine Vorteile, Schichtarbeit zu machen oder mal in der Nacht zu arbeiten. Das kann wirklich angenehm sein. Auch mal rausgenommen zu sein aus dem Rhythmus und wie gesagt, man hat auch normale Ausgleichstage. Wie gesagt, als selbstständiger Bäcker natürlich nicht. Das ist das Problem, als Selbstständiger, da bist du halt ständig am Arbeiten. Ja, komm von selbst und ständig, ne? Mhm. Gibt es denn auch bei Bäckern einen Nachtschichtzuschlag? Normalerweise schon. Also in jedem Ausbildungsberuf und in jedem, also ich kann, wie gesagt, ich kann da nur von Pflege sprechen, da gibt's das. Wenn du Nachtschichten machst oder gerade die Spätschichten oder Wochenenddienst oder auch bei Sanitätern, wenn du da die Ausbildung machst, die kriegen das bezahlt und voll vergütet. Mhm. Wie gesagt, als selbstständiger Bäcker halt wieder nicht. Ja, da nicht aber. Wenn es da dein Laden ist, dann kriegst du kein extra Geld dafür, dass du nicht mehr da arbeitest. Aber geht ja im Prinzip ja um Ausbildung und danach vielleicht übernommen werden oder sowas. Also von daher, es gibt dann natürlich auch einen dementsprechenden Nachtschichtzuschlag. Genau. Also normal sollst du mehr als die 700 Euro dann bekommen, wenn du immer Nachtschicht arbeitest. Wenn du natürlich auch mal tagsüber im Verkauf aushilfst, weil normalerweise in der Ausbildung wirst du ja alle Facetten des Bäckerhandwerks kennen. Das heißt auch Wareneinkauf, das heißt auch den Verkauf, das heißt eben auch das Backen in der Nacht, also da ist ja alles mit drin. Genau, ja. Ja, und du hast noch nicht vergessen, ob du hast noch Berufsschule. Also normalerweise, ich glaube einmal die Woche oder zweimal die Woche, müsste ich nochmal nachschauen, wie das ist. Ja. Aber du bist ja nicht fünf Tage oder sechs Tage die Woche in deinem Ausbildungsbetrieb, sondern du gehst ja normalerweise auch noch zur Berufsschule. Ich glaube sogar am Ende, umso weiter du kommst mit der Ausbildung, umso weniger Schule wird es, aber ich glaube am Anfang hast du echt zwei Tage die Woche noch. Ich weiß nur, wenn du Abitur hast, musst du nicht in die Berufsschule. Also dann kannst du tatsächlich Vollzeit auch in dem Ausbildungsbetrieb sein. Dann kannst du die Berufsschule dir einfach sparen. Okay. Und deine Ausbildungszeit wird ja auch verkürzt. Also du musst die Prüfung mitschreiben natürlich, aber du musst nicht aktiv am Unterricht teilnehmen und deine Ausbildungszeit wird von drei auf zwei Jahre reduziert mit Abitur. Ein Rücken von dieser Tätigkeit. Und obwohl mir die Arbeit Spaß macht, ist in meinem Kopf ganz fest drin, Journalismus ist besser als Backen. Mehr Anerkennung, mehr Relevanz, mehr Kohle. Und stopp. Also wer möchte anfangen? Mach du. Okay. Mehr Anerkennung, mehr Relevanz, mehr Kohle. Mein Lieber. Also für euren B****, den ihr da Journalismus nennt, Anerkennung zu bekommen, jeder Bericht, den Y-Kollektiv oder Steuerung F oder sowas. Und das hier ist schon einer der etwas besseren Berichte von Y-Kollektiv, aber Steuerung F ist für mich der absolute B****-Schaum. Ihr bekommt dafür keine Anerkennung. Guckt mal in die Kommentare, guckt mal in den Like-Dislike-Bereich. Der wurde ja abgestellt. Ja, das ist keine Anerkennung, Alter. Die Kommentare sind sich einig. Diese ganze Scheiße kann man sich auch sparen. Also, da kommen wir zum nächsten Punkt. Mehr Relevanz. Digga, was ist daran relevant, über Diversity am Arbeitsplatz zu berichten oder sowas? Und hier die ganzen relevanten Sachen, wie zum Beispiel, warum hat man denn jetzt einen Rückgang von 20.000 Azubis im Bäckerberuf auf 5.000 in den letzten 20 Jahren verzeichnen können? Ja, das wird ja gar nicht hinterfragt. Die wirkliche Arbeit von einem Journalisten bleibt einfach auf der Strecke liegen. Er zeigt dir jetzt einfach so ein bisschen, wie sie Brötchen backen. Dafür muss ich kein Journalist sein. Da nehme ich mir eine Kamera und laufe mit der Fabienne durch ihren Betrieb und labere mit der ein bisschen. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Mehr Kohle. Er kann von Glück sprechen, dass er mit 18,36 Euro im Monat von uns allen bezahlt wird. Denn diesen Müll, den Y-Kollektiv oder Steuerung F oder sonst was von diesen ganzen Outlets da oder Journos, was die da produzieren, da wird ja keiner Geld für ausgeben. Ich bin fertig. Also, ich fange mal bei Kohle an und mache rückwärts mal wieder ran. Also Kohle, ich glaube, der Typ wird so seine 5K-Protos verdienen. Also ich glaube, das ist ein gutes Reportergehalt bei Funk. Also ich kenne es vom BDR, da ist es ungefähr für auch 5.000, 6.000. Das heißt, wenn er da Y-Kollektiv Funk ist, müsste ungefähr dasselbe Gehalt haben. Außer er ist im Endeffekt ein Selbstständiger, der Stundenarbeit macht für die Leute. Aber ich glaube, er ist angestellter Journalist. Das ist astronomisch viel. Das ist ein astronomisch hohes Gehalt. Also ich glaube, das ist das, was er so erwarten kann. Dafür, dass er irgendwie einmal im Monat, wenn überhaupt einmal im Monat, eine Doku raushaut, die schlecht recherchiert ist, wo der journalistische Standard gleich null ist, wo er keine kritischen Fragen stellt und sich mit Themen beschäftigt, die er auch noch geil findet. Also das ist ja nicht so, dass er sich irgendwie mit Themen beschäftigt, die ihm auch noch schwer fallen oder wo sie jetzt irgendwie ein halbes Jahr einarbeiten muss oder er sich in irgendwelche großen Gefahren begibt jetzt mit seiner Arbeit. Gleichzeitig beschwert sich hier jetzt über seinen Rücken, dass er wehtut, nach irgendwie sieben Stunden Arbeit. Also er scheint es echt nicht gewohnt zu sein, sieben Stunden auf dem Bein zu stehen und ein paar Brötchen von A nach B zu schieben. Also ich frage mich, wie der aussehen würde, wenn er wirklich ein Maurer wäre oder Kanalreiniger oder irgendwie einen wirklich anstrengenden Job hätte, Müllabfuhr oder sowas. Also wo er wirklich irgendwie nicht nur acht Stunden, sondern die haben teilweise zwölf Stunden Schichten hart körperlich arbeiten müsste. Ja, ich kann dir sagen, ich habe mal in der Gärtenerei gearbeitet. Alter, steh mal den ganzen Tag auf dem Feld und hol die Stiefmütterchen da raus und schlepp die Kisten auf den Trecker. Ja, vor allem bei Wind und Wetter. Also es ist ja nicht nur, wenn es warm ist, sondern auch wenn es kalt ist. Also entweder du schwitzt dich tot oder du erfrierst. Ja, das geht richtig in die Knochen, Alter. Und was Relevanz angeht, also nur als kleines hypothetisches Beispiel, nehmen wir an, er würde auf magische Art und Weise verschwinden mit allen seinen Dokus, die er je gemacht hat. Oder Fabienne würde verschwinden auf magische Art und Weise mit allen Brötchen, die sie je gebacken hat. Was hätte wohl mehr Impact auf die Welt? Wie kann man sich selbst nur so hops nehmen mit einem Satz, Alter? Ja, und was die Anerkennung angeht, da bist du ja schon gut genug drauf eingegangen. Also das Y-Kollektiv spricht jetzt nicht für Qualitätsjournalismus, auch wenn die einen Grimme-Preis schon bekommen haben beziehungsweise für nominiert wurden. Die verleihen sich die Preise ja auch wirklich gegenseitig. ARD teilt aus und sagt, ja, Y-Kollektiv, unser ... Mutiger Journalismus, ganz mutiger Journalismus. Oder WDR Investigativ ist auch richtig, richtig stark. Laufen mit der Kamera neben der letzten Generation her. Und was macht der jetzt? Ja, wir kleben uns jetzt hier hin. Okay, cool. Und dann filmen die das. Aber das ist halt Journalismus heute. Also, wie gesagt, er beschwert sich oder er will aufzeigen, dass die Gen Z keinen Bock auf ihren Job hat. Aber er selber hat ja nicht mal Bock auf seinen Job und macht den richtig. Also, wo ist denn da jetzt irgendwie die Qualitätsstandards? Wo ist denn tatsächlich da Journalismus und eine journalistische Leistung in dem? Wo ist da irgendwas Investigatives oder was Aufklärendes? Wo ist da mal eine größere Befragung, wo man auf die Leute eingeht? Die haben am Anfang mal eine Runde gefragt von irgendwie 20 Bäckern. Hm, habt ihr das Gefühl, die Gen Z hat keinen Bock auf Arbeit? Hm, haben wir. Okay, danke. Ja, okay, danke. These bestätigt, wir gehen jetzt nach Hause. Ja, deswegen hat man ja erst den Titel gewählt. Generation Z oder sowas, kein Bock auf Arbeit oder sowas, ne? Mhm. Ja. Und dann hat man in den Kommentaren sich da ein bisschen drüber beschwert, weil die Fabienne hat ja offenbar Bock auf Arbeit. Genau, also die ist ja das beste Beispiel dafür, dass es Leute gibt, wenn du die ranführst ans Handwerk und denen Bock auf die Arbeit machst, dann geht es nicht ums Geld letzten Endes, sondern es geht um den Spaß am Handwerk, bei ihr natürlich auch da um den Familienbetrieb weiterzuführen, was auch eine starke Motivation ist natürlich. Ja. Und natürlich auch neue Leute anzuwerben und zu begeistern für das, was sie tut und das nicht schlecht reden zu lassen. Und ich bin mir sicher, sie wurde in der Schule schon gemobbt, weil ihr Papa Bäcker ist und Bäcker ja irgendein dummer Handwerksberuf ist und man könnte ja woanders viel mehr verdienen oder es ist halt leider die Mentalität heute, dass aufs Handwerk so ein bisschen runtergeblickt wird. Tja, ich hoffe, dass sich das wieder ändert mit der Generation Z. Die sind ja jetzt eher wieder mehr so auf lass mal lieber den lokalen Betrieb unterstützen als die große Kette. Wie gesagt, an sich, aber die wollen es selber nicht machen. Also die Leute machen für sich irgendwas oder schreinern ihre eigenen Möbel oder pflanzen sich irgendwie einen riesen Garten mit allem drum und dran. Aber wenn es darum geht, irgendwas für andere zu machen, nee, also eine Ausbildung zum Schreiner oder jetzt Gartenbau, Landwirtschaftsbau, nee, sowas mache ich nicht. Also die sind glaube ich, ich glaube, 85% der jungen Generation machen alles im Handwerk selber zu Hause. Also die holen sich keine Handwerker nach Hause. Aber sie wollen halt selber kein Handwerker sein, sondern nur Hobbyhandwerker. Das ist dann die Selbstverwirklichung neben dem Beruf. Ich habe noch nie Geld verdient in so einem Handwerksberuf oder so. Ich habe zwar gearbeitet, seit ich 18 bin, aber immer nur Schreibtisch- und Lava-Sachen. Meine Eltern sind Ossis, hatten nix und haben viel gearbeitet, damit mein Bruder und ich uns auf die Schule konzentrieren können. Es war immer klar, dass wir studieren werden. Mein Papa ist Handwerker, ich aber bin jetzt Journalist. Dieses Bild vom sogenannten Aufstieg beschreibt wohl ganz gut, warum Azubis heute Mangelware sind. Alter, ich bin jetzt Journalist. Das klingt mir auch so. Aufstieg? Also dein Papa ist Handwerker und er hat es euch ermöglicht, studieren zu können, euch durchzufüttern bis, keine Ahnung, 25, 26, bis du irgendwann mal angefangen hast, Geld zu verdienen. Weil davor hast du ja offenbar nie wirklich gearbeitet. Also irgendwelche Laber-Sachen und Schreibtisch-Jobs. Also irgendwelche dummen Sachen nebenher. Zusätzlich hat er noch deinen Aktivismus mitfinanziert. Also der hat ja sowohl was Klimaaktivismus angeht, als auch was irgendwie Refugees Welcome und Sonstiges ganz viel gemacht. Und ja, jetzt machst du Y-Kollektiv-Dokus. Also bist du das erste Mal irgendwie unabhängig von deinem Papa. Überleg mal, der verdient doch bestimmt mehr als das Doppelte, was sein Vater verdient. Was war das? Handwerk, Mechaniker oder was war der? Je nachdem. Also wenn er selbstständig ist, als Handwerker schaffst du schon 7, 8K. Ja, okay. Also das ist schon machbar. Wenn er angestellt ist und keinen Meisterbrief hat, klar, dann wird er so bei 2, 5, Max 3 irgendwo rumgucken. Ja. Und jetzt handelt er da ein bisschen vor der Kamera rum. Ich frag mich, wie lange kann er diesen Job machen? Er ist jetzt noch relativ jung. Ich würde ihn jetzt noch Mitte 20 schätzen. Ich glaube, so ungefähr müsste ich nachschauen. Ah, den findet man bei Google oder wie? Genau, 1991 geboren. Wow, okay. Wow, der ist über 30. Ja, ist 32 jetzt. Guck dir mal die Arme an. Er hat nie körperlich gearbeitet und auch nie Sport gemacht offenbar. Und ist schwul. Aber das muss man auch mal dazu sagen. Er würde ja auch keine Kinder hinterlassen. Das hat er ja in der Chemsex-Doku gesagt, dass er selber homosexuell ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lief da wohl noch was hinter den Kulissen? Naja, ich glaube ja immer noch, das ist der Grund, warum es die Doku überhaupt gab. Dass er selber so ein bisschen begeistert war davon und dann Tacho gesagt hat, komm, ich habe ein Wochenende geplant, willst du mitmachen? Er so, nee, ich schaue lieber so zu, ich bin nicht so der Mitmachttyp, aber ich gucke gerne. Ich halte mich erstmal noch fern von Crystal Meth. Zeig mal, wie man das richtig einführt und dann probiere ich es vielleicht mal danach aus. Okay, aber das ist krass, ich hätte den jetzt mal safe, sieben Jahre jünger geschätzt. Ähm, okay, also er ist jetzt 32 und ich frage mich wirklich, wie lange kann er sowas noch machen? Also irgendwann, es sieht ja blöd aus, stell dir mal vor, ein 55-Jähriger handelt vor der Kamera rum mit so einer Halbglatze, so du siehst ja oben schon so den Ansatz von den Geheimratsecken, dann hat er nur noch so ein Kränzchen, so drumherum, graue Haare und läuft dann da rum, immer noch wahrscheinlich mit seiner Jugendsprache. So, das nimmt sich ja keiner mehr ernst, das ist ja ein Programm für jüngere Leute, ne? Mhm, an sich ja. Dementsprechend, was kommt dann? Beim Öffentlich-Rechtlichen. Siehst du ihn dann irgendwie hart aber fair moderierend? Siehst du ihn, okay, die haben so viele andere Sachen, die keiner guckt, der könnte irgendein WDR lokal, ne? der wird dann irgendwann zu Lanz eingeladen und darf zu irgendwelchen kritischen Themen ein paar Dinge einwerfen, so wie MyLab halt eingeladen wird so nebenher. Und dann darf man ein paar Sachen sagen, weil er ist ja Journalist und er hat ja seine Erfahrungen gemacht mit diesen und jenen Themen und dann kotzt er irgendeine Meinung rein und verdient da so ein bisschen Geld, vielleicht auch ein bisschen Vetternwirtschaft. Ich kenne da jemanden, der jemanden kennt, der dir hier einen Schreibtisch-Job nochmal gibt und dann sitzt er den Rest seines Lebens halt in irgendeinem trotzdem noch gut bezahlten, öffentlich-rechtlichen Schreibtisch. Wahrscheinlich, er kann ja noch hinter den Kulissen arbeiten, genau. Also, es gibt ja ganz viele, bei denen das so ist, die immer wieder einfach weitergeschoben werden oder wo die Eltern sich darum kümmern, dass man da noch einen Job bekommt oder hier und da noch einen kleinen Auftrag und wie gesagt, solange er Dokus erstmal macht, das Y-Kollektiv würde ich nicht so leicht rauswerfen, also er würde noch ein paar Dokus machen und zum Zweifel kommt er ins Mentoring-Programm und betreut dann neue Kanäle oder junge Y-Kollektiv-Kollegen und erklärt denen, wie man es richtig macht. Richtig macht, nett gesagt. Und im Zweifelsfall kann er ja immer noch Klimaaktivist werden, also da hat er die Connections schon aufgebaut oder, ja. Oder nochmal soziale Arbeit studieren und als Sozialarbeiter tätig werden. Ja, vielleicht auch ein S***er-Club-Betreiber. Alles denkbar. Ey, der hat die Welt offen. Im Zweifelsfall Transition steht ihm auch noch offen. Also, wenn er irgendwann denkt, so als schwuler, alter Mann geht's nicht mehr, als lesbische Frau hast du wieder Chancen. Wollen wir wetten? Im Zweifelsfall Bundestag. Bundestag ist immer offen. Bundestag geht, aber würdest du sagen, setzt ein Zehner drauf, dass der irgendwann eine Frau wird? Ah. Also, mindestens, dass er non-binary wird ab einem gewissen Punkt. Ah, da lehnt sie dich ja nicht weit aus dem Fenster. Ja, da muss schon ein bisschen Zeit vergehen. Also, da brauchte ich 15 Jahre dafür. Ich glaube, von jetzt bis fully committed Transitioning. Also, er ist ja noch, er sieht halt aus wie ein ganz normaler Kerl. Ja, er muss ja erst erkennen, dass das nicht sein richtiger Lebensstil ist, dass es nicht passt für ihn. Muss genug Dokus zu dem Thema gemacht haben, dass er auch Berührungspunkte dazu hat und Leute kennenlernt, denen es dadurch so viel besser geht. Und dann muss er das in sich selber finden. Schon geil. Du machst was und siehst, was du erschaffen hast. Brötchen. Ja. Und die Leute wären davon satt heute. Ja, und das ist Handwerk mal zusammengefasst. Also, du machst was, du arbeitest dir einen Arsch auf und am Ende des Tages hast du ein Produkt, das andere Leute verwenden können und auch lecker finden in dem Fall. Und das könnte man ja an der Stelle ein bisschen mehr herausheben, dass das was Tolles ist oder was, worauf man auch stolz sein kann. Definitiv, ja. Also, wie gesagt, die Person, die im Callcenter arbeitet oder irgendwelche Steuerunterlagen abheftet, die kann es nicht sagen. Die kann sagen, ja, ich habe heute mit 20 Kunden telefoniert und deren Probleme gelöst oder eben auch nicht gelöst. Ich habe sie weitergeleitet. Ja, ich habe sie weitergeleitet an meinen Kollegen und der hat sie weitergeleitet an die andere Kollegin und das Problem wurde nicht gelöst und die rufen morgen nochmal an. Tatsächlich, heute ist ja Handwerk eher so ein Hobby geworden und Leute verwirklichen sich da irgendwie und was eigenhändig zu schaffen, finden aber irgendwie alle toll und was einzigartiges. Man macht sich selber Schmuck, man bastelt sich irgendwas, man will möglichst individualisiert sein, man klebt Patches auf seine Jacken oder schneidert seine Kleidung komplett selber. Man ist stolz auf das, was man macht, aber wenn es dann tatsächlich darum geht, das irgendwie für die Allgemeinheit zu machen, nee. Es wird keiner Schneider oder wenn man sich so aus Paletten für draußen so eine kleine Sofa-Lounge baut, wo ein Polster draufkommt, es wird keiner irgendwie Tischler oder sowas. Also nicht immer das Know-how wird ja weitergegeben. Also es gibt ja auch Zig Channel, wo irgendwie ein Van komplett ausgebaut wird, samt kompletter Elektrik, samt komplett allen möglichen Möbeln, Küche, Sicherheitsanlage und statt, dass die Leute sich einmal die Mühe machen und irgendwie ein Handbuch rausbringen, das sie dann vermarkten oder auch kostenlos rausgeben, wie man das jetzt am besten macht, nee, das wird dann gezeigt, schau mal, was ich Tolles machen kann, ich bin geil, ja, und das war's. Aber das sind dann Influencer. Ja, aber das, so ist es dann halt. Du kannst zeigen, dass du geil bist und keinen Mehrwert für die Gesellschaft haben. Ja. Man muss aber gar nicht erst den Gegensatz zwischen Handwerk und Studium aufmachen. Das Problem ist, dass sogar die, die handwerklich arbeiten wollen, oft gar keine Chance dazu bekommen. Wir haben ja auch genug Menschen, die noch auf der Suche nach Arbeit sind. Das ist eine Reserve an mehr von Talent und Arbeitskräften, die verschwenden wir aktuell gerade. Also, alle verschwenden sich über Fachkräftemangel, aber es gibt ja nicht in jedem Bereich Fachkräftemangel. Es gibt deutlich mehr Leute, die arbeitslos sind, als Leute, die jetzt gerade nur, also als offene Stellen, vielleicht können wir da mal anfangen, Stellen zu besetzen oder Leute umzuschulen oder Leute in andere Bereiche zu bringen. Das ist ja auch eine realistische Möglichkeit. Stopp. Eine neue... Kannst du noch mal auf die linke Pfeiltaste klicken, dass du fünf Sekunden zurückspringst? Guck mal links auf seiner Schulter der Club-Marte-Kalender oder was das da ist. Ja. Vielleicht dann wirklich ein Deal mit denen. Wer weiß. Jetzt wird's komisch. Er Club-Marte-Cola. Da kann ich auch wieder nur sagen, die beste Cola, die ich bisher getrunken hab, ist nicht Coca-Cola, nicht Pepsi, nicht Afri, nicht Fritz. Mio-Cola. Übelst geil. Die ist ziemlich gut. Die ist so gut. Genau. Und jetzt vielleicht zu dem Inhaltlichen. Ja, wir haben ja jetzt genug Leute hier, die wir uns auch importiert haben und die gehen irgendwie nicht arbeiten. Wie kommt das denn? Haben die vielleicht doch nur Interesse am Sozialsystem? Ich meine, wir haben Studien aus Dänemark, wo man halt sieht, dass Leute, die aus bestimmten westasiatischen oder westasiatischen Staaten oder westasiatischen Staaten aus Nordafrika ja, eingewandert sind. Permanent unter der, wie hatte ich es genannt? Ich hatte mir so ein schönes, Wertschöpfungsgrenze sind. Also sie kosten dem Staat immer mehr, als sie dem Staat eigentlich einbringen. Selbst zu ihrem Peak, wo man so sagen kann, so 25 bis 55, wo man arbeiten kann, sind die unterhalb dieser Wertschöpfungsgrenze. Also ja, aber ich sehe da nur eine Lösung. Noch mehr Leute von denen ins Land holen, vielleicht findet man ja dann darunter. Ein paar Leute, die arbeiten gehen wollen. Also definitiv. Er macht ja auch zwei komplett verschiedene Fässer drauf. Also er redet einmal über Fachkräftemangel, wo es um hochspezialisierte Personen gibt, die eine hohe Ausbildung haben, die richtig gut in ihrem Job sind und dann von Masseneinwanderung unqualifizierter Menschen. Ja, aber was macht man? Also natürlich löst die Masseneinwanderung nicht das Fachkräfteproblem, weil die sind keine Fachkräfte, die sind ja noch nicht ausgebildet. Also wir müssten die erst ausbilden und so Fachkräfte machen. Aber wenn wir von Fachkraft reden, da meinen wir doch sowas wie Logistiker. Und unter anderem. Also gibt es ja ganz viele Bereiche. Also Informatiker. Nee, nee, also der Fachkräftemangel bezieht sich, also früher gab es ja die Gastarbeit, also in den 60ern, da ging es tatsächlich um diese einfachen Industriearbeitsplätze. Ja. Also zum Beispiel sowas wie bei Tönnies irgendwelche Dinge schlachten, Lkw-Fahrer oder sonstiges. Ja, genau, genau. Die brauchen wir auch heute noch, die haben wir aber eigentlich. Also da fehlen keine Leute in den Bereichen. Was uns eigentlich fehlt, sind richtig gut ausgebildete Leute, zum Beispiel Informatiker an manchen Stellen. Du willst mich doch verarschen, Alter. Ich dachte die ganze Zeit, wenn die reden von Fachkräftemangel, dann meine ich halt sowas wie Fachkraft für Lagerlogistik. So ein bisschen mit einer Ameise, du weißt schon, eine Paillette aus dem Lager holen. Nein, nein, also diese Bullshit-Jobs, da haben wir sogar viel zu viele Leute. Da gibt es ja Leute, die ständig ausgetauscht werden. Maschinenbauingenieure und Mathematiker, Informatiker und sowas sind gesucht. Genau, also hoch ausgebildete, aber hoch spezialisierte Kräfte für gewisse Bereiche. Das ist das, was Deutschland gerade fehlt. Ja. Und Handwerkskräfte, also das ist wieder das andere. Aber die müssen ja auch gut ausgebildet sein und in unserem deutschen Standard. Also es bringt ja nichts, wenn wir einen somalischen Bäcker hier haben. Also der hilft uns halt nicht viel. Oder irgendjemandem, der in Syrien eine Pflegeausbildung gemacht hat. Auch der müsste eigentlich eine Pflegeausbildung hier komplett neu erlernen. Ja, klar. Also es gibt Gründe, warum, wenn du jetzt Maschinenbau in Syrien studierst, der Studiengang wahrscheinlich in Deutschland nicht anerkannt wird, wenn du hier nochmal einen neuen Maschinenbau studieren gehen musst. Genau, aber zum Beispiel aus der Ukraine, die Leute dürfen hier am Tag 1 arbeiten. Also wenn die hier ankommen, dürfen die direkt, sobald ihr Asylantrag genehmigt wurde, dürfen die hier einen Job annehmen. Das Problem ist ja eher dann die Sprachbarriere und ähnliches. Aber gut, es sind halt noch europäische Standards. Genau, da hat man die europäischen Standards und die werden auch anerkannt. Das ist nicht das Problem. Aber wie gesagt, der Fachkräftemangel bezieht sich nicht auf diese Bullshit-Jobs. Die kriegen wir, die Leute. Die arbeiten auch. Oha, da ist ja hier schon ein bisschen peinlich. Ich dachte, die ganze Zeit, das bezieht sich halt wirklich so auf, ja, wie gesagt, am Fließband stehen, die Sachen einpacken, im Lagerlogistik und sowas. Ja, ganz ehrlich, wenn ich hier jetzt in meine Uni gucke, dann sehe ich ganz viele Leute, die Lehramt studieren, die sitzen da mit 200, 300 Mann, studieren Sport, studieren Englisch, studieren Deutsch, Geschichte, ne, halt keine naturwissenschaftlichen Studiengänge. Da hat keiner Bock drauf. Kommt natürlich auch mit dieser Mentalität zusammen, dass man immer rummeckert, weil alles schwieriger geworden ist oder so. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du dir mal anguckst, was die Leute damals geleistet haben, ohne Internet, vor 20 Jahren oder sowas, die haben sich die ganze Scheiße aus Büchern rausgesucht. Du findest alles bei Google. Also alles, alles, was ich im Studium gemacht habe, finde ich auch im Internet. Ja, aber du lernst ja im Studium noch ein bisschen mehr an manchen Stellen. Es geht auch darum, sich schnell viel Wissen anzueignen, sich schnell tief in Themen einarbeiten zu können. Natürlich. Ohne Studium hätte ich das, was ich dann im Internet lesen würde, dazu würde ich das nicht verstehen. Aber mit dem Wissen, was ich dann aus der Uni habe, kann ich mich dann noch viel besser darin vertiefen und sowas. Also ich weiß gar nicht, jetzt habe ich so viel rumgelabert, was war eigentlich mein eigentlicher Punkt? Genau. Viele Leute heulen halt rum, dass es denen zu schwierig ist, diese Jobs eben, um diese Fachkräfte zu haben, Informatiker und sowas. Es sind ja auch nicht die besten, das muss ich ganz klassisch sagen. Also es sind keine Jobs, die jetzt super viel Spaß machen. Und man würde ehrlich sagen, so ein Informatikstudium oder Physikstudium ist auch nicht spannend oder jetzt besonders lustig. Also muss man schon ein Faible für haben, um das durchzuziehen. Ja, denke ich. Aber unsere Gesellschaft verändert sich halt eher dahin im Moment, dass wir mehr von diesen Berufen brauchen und immer weniger von den anderen. Also immer mehr digitalisiert. Okay. Viele dieser Bullshit-Jobs werden digitalisiert. Das macht die ganze Sache jetzt mit der Fachkraftsuche für mich noch viel lustiger. Und dann hoffst du dir wirklich, die Leute aus Afrika zu finden, aus Zimbabwe oder so, dass die hier jetzt immer Schimau-Ingenieur sind. Ja, also die Aussage ist ja, dass die Leute hier hinkommen, dann hier hoch motiviert sind, Deutsch zu lernen, sich zu integrieren, eine Ausbildung oder ein Studium zu machen und dann diese Fachkräftelücke schließen. Das ist das, was Frau Merkel propagiert hat. Tja, ich glaube mittlerweile, sie hat ja irgendwann mal gesagt, Multikulti ist gescheitert, ne? Sie hat auch neulich gesagt, oh, wir haben ja ziemlich viel illegale Migration in Deutschland. Ach was, ja. Da hier mein letztes Video, wo ich über den Afghanen aus Pakistan gesprochen habe, der gesagt hat, er ist 14, aber locker über 20 war und keinen Ausweis dabei hatte und die Botschaft hatte gesagt, nein, Alter, du kriegst kein Visum oder keine Einreiserlaubnis nach Deutschland. Und das Auswärtige Amt in Deutschland hat dann gesagt, doch, doch, den möchten wir hier haben. Wir sehen da absolut kein Problem. Und dann ist der hier hingekommen und jetzt hat er auch noch einen Antrag eingereicht für Familiennachzug, der höchstwahrscheinlich bewilligt wird. Da kommen wahrscheinlich nochmal fünf. Und alles hochmotivierte Arbeitskräfte. Alter, das macht diese ganze Thematik. Ich dachte halt, ja, Alter, in so ein Lager und einen Karton rausräumen, das kriegen die doch noch hin. Warum geht da keiner arbeiten? Wenn ich, die Lücken, die wir haben, sind tatsächlich, also gerade zum einen durch Migrationskrise entstanden. Wir haben jetzt zum Beispiel viele Lehrer, die fehlen, Lehrpersonal, Sachbearbeiter in dem Bereich. Uns fehlen dementscheidend auch ein Haufen Beamte, um die ganzen Sachen zu machen. Wir haben ein Riesenmedizinproblem, also gerade was Pflege angeht, was Ärztemangel angeht, Fachärztemangel, das sind große Themen und dann alles, was mit Digitalisierung zu tun hat. Ich finde es halt einfach krass. Für mich bricht gerade so eine kleine Welt zusammen. Also, wie kann es denn sein, dass man immer noch einen Mangel in diesen Bereichen hat? Es geht doch quasi, jeder HIO-Pei studieren nach dem Abi. Es geht doch keiner mehr irgendwie in den Ausbildungsberuf. Das ist ja das, weswegen die hier quasi diese Dokumentation machen. Ja, aber die Leute studieren auch so etwas wie Gender Studies und Soziologie. Ja, aber nur die absolut Sch***sten. Also, viele studieren halt Lehramt. Wie gesagt, ich habe, wenn ich da reingucke in solche Hörsäle, da sitzen 300 Mann, die studieren Englisch oder Sport. Aber gut, der Lehrermangel ist dann wahrscheinlich auch nur in solchen Bereichen wie Mathe, Chemie, Physik. Syrisch. Syrisch. Also, der Lehrer bringt ja nichts, wenn er die Sprache der Leute nicht kann. Also, es gibt ja jetzt schon Schulklassen, wo drei Viertel der Kinder Migranten sind und kein Deutsch können. Kann ich noch einen drauflegen. Ich habe heute ein Video rausgehauen. in Ludwigshafen ist eine Schule, die Grafenau Grundschule, die hat einen Migrationsanteil von 98 Prozent. Ja, da willst du auch nicht mehr dein deutsches Kind hinschicken, ne? Ne, das geht auch nicht. Weil, äh, Kinder sind fies, die mobben einen. Mhm. Und die Lehrer, die haben es halt nicht mehr unter Kontrolle. Die Lehrer sprechen mit den Kindern auf Albanisch und Türkisch oder sowas, ne? Ähm, weil die Kinder kein Deutsch sprechen. Das musst du halt auch erstmal können, ne? Also, als Lehrer lernst du ja nicht im Studium Albanisch, Türkisch und Syrisch als erste Sprachen. Also, sondern wenn du Deutsch-Mattelehrer bist, dann kannst du gut Deutsch und gut Mathematik und dann musst du halt irgendwie schauen, wie du das Kindern beibringst, die deine Sprache nicht können. Super. Mhm. Also, es klappt, wenn ein Kind da ist, dass deine Sprache nicht kann, weil dem kannst du mit Händen und Füßen eigentlich das erklären oder auch zeigen. Oder gerade in der Vorschule ist es gar nicht so schlimm, wenn die Kinder die Sprache nicht können oder im Kindergarten. Wenn genug Personal da ist, kann man die trotzdem integrieren, mit Füßen und Händen zeigen, einzelne Vokabeln beibringen. Also, das funktioniert alles. Das Problem ist, dass ja irgendwann kippt das Ganze, wo eben die Kapazitäten erschöpft sind und du nicht mehr genug Zeit pro Kind hast, um das gut zu integrieren. Ja, klar. Und wenn du dann von 30 Kindern 28 in der Schule hast, die nicht Deutsch sind und kein Deutsch sprechen oder nur wenig, dann wird es schwer. Also, da kannst du dich auch nicht mehr um das eine Kind kümmern, was gesondert noch mal ein bisschen mehr braucht, mehr Hilfe braucht. Das funktioniert nicht mehr, Alter. Da macht es ja fast mehr Sinn, den Unterricht auf nicht Deutsch zu halten. Du machst einfach keinen Unterricht mehr. Also, du kümmerst dich mehr um Integrationsprobleme in dem Moment als tatsächlich Wissensvermittlung. Wie bestellt, ne? Ja. Aber komm mal zurück zu diesem kleinen, naiven Teenager, der denkt, dass man das lösen kann mit mehr Migration. Als offene Stellen. Vielleicht können wir da mal anfangen, Stellen zu besetzen oder Leute umzuschulen oder Leute in andere Bereiche zu bringen. Das ist ja auch eine realistische Möglichkeit. Eine neue Bertelsmann-Studie zeigt, dass mittlerweile 630.000 junge Leute zwischen 15 und 24 Jahren komplett aus dem System raus sind. Also, keine Arbeit, keine Ausbildung, kein Studium, nichts. Also 630.000 junge Menschen wäre es zwischen 16 und 25, die einfach nichts machen. Wahnsinn. Das muss man sich erstmal, also kein Abschluss, kein Studium, keine Ausbildung, keine Arbeit, zumindest keine sozialversicherungspflichtige Arbeit, was schwarz nebenher verdient wird oder durch Drogen ticken oder sonstiges sei mal dahingestellt. Wie ist das möglich, diese Studie aufzustellen? Ist man nicht bis 18 schulpflichtig? Also, wenn du keine Ausbildung hast, musst du ja noch irgendwie so ein Berufsvorbereitungsjahr machen oder sowas, also du musst ja trotzdem in eine Berufsschule gehen. Offenbar sind die komplett draußen auf irgendeine Art und Weise oder gehen halt auch da nicht hin. Okay. Ja, aber ey. Dann gehen die halt nicht hin, aber offiziell sind die ja noch schulpflichtig. Mhm. Aber die Zahl allein finde ich extrem heftig. Also, natürlich müsste man das angehen, aber wie motivierst du denn die Leute, dass sie irgendwas machen? Also, die haben ja keinen Schulabschluss, die sind unqualifiziert, die sind unmotiviert zu arbeiten. Warum sollte irgendjemand die haben wollen in dem Moment? Also, die müssen ja von sich aus eine Motivation entwickeln und auf eine Arbeitsstelle zugehen, damit die dann dort ausgebildet werden. Ja, safe. Da kommt ja keiner hin und sagt, ey. Genau, also wenn das Arbeitsamt jetzt sagt, hey, du, du gehst jetzt dahin, wirst jetzt Friseuse und, ja, dann ist die da genau zwei Wochen und wird dann rausgeschmissen. Ja, safe. Wenn du überhaupt keine, gut, wenn das Arbeitsamt sagt, du wirst das und das und die haben da gar kein Interesse dran, dann arbeiten die auch so. Ja, und es gibt ja keine Sanktionsmöglichkeiten mehr, also man darf hier jetzt Sozialhilfe unendlich nicht mehr kürzen, also selbst wenn die Person unwillig ist. Das hat ja die tolle Ampel verabschiedet. Tolle Sache. Die Person darf sagen, oder das Arbeitsamt darf sagen, hey, schreib mir Bewerbung, du sagst, nee, mach ich nicht und das Arbeitsamt sagt, okay. Dann, das war's. Also, man tut halt wirklich alles dafür, dass man ausgenommen wird, ne? Also, das ist ja Wahnsinn. Also, ich verstehe aber auch die Naivität des Jungen da nicht. Also, dass er einfach sagt, ja, also der Staat muss da mehr eingreifen und der Staat muss es jetzt besser verteilen. Wie, wie, wie soll der Staat denn das besser verteilen? Also, soll jetzt, äh, die Stadt zu der Person kommen und sagen, hey, wenn du Bäcker wirst, dann, äh, kriegst du statt 12 Euro Mindestlohn 13 Euro. Und das motiviert dann plötzlich die Person, Bäcker zu werden. Das wäre ein richtig gutes System. Ich glaube, dann würde es richtig, richtig Streit geben. Also, an sich leben wir in einer, also, eigentlich sollten wir in einer freien Marktwirtschaft leben. Eigentlich, äh, ist es, ist jetzt tatsächlich nicht der Fall, weil der Staat sehr stark eingreift. Aber normalerweise würden ja die Berufe, die zu kurz kommen, mit der Zeit attraktiver werden, weil die Preise teurer werden. Also, wenn es zum Beispiel wenig Bäcker gibt, dann wird Brot immer, immer teurer. Und dadurch würden mehr Leute ins Backgeschäft einsteigen, weil sie damit gut Geld verdienen können. Ja. Also, klassisch gesehen würde ja der Markt, das regeln an vielen Stellen. Wir haben nur eben das Problem zum Beispiel Bäckerhandwerk, das Problem, die Industriebäcker sind, die einfach zu furchtbaren Preisen, also zu niedrigen Preisen, absoluten Schrott auf den Markt werfen, der zwar satt macht, aber eigentlich keinen Nährwert hat. Ja. Wenn dann ein Brötchen, äh, oder so, so ein Brezel, äh, was kostet das beim Bäcker? Bestimmt über 1,50, oder? Ein Standardbrötchen wahrscheinlich 60, 70 Cent trotzdem. Ein Brezel oder sowas, wenn du schon so eine Laugenstange oder sowas haben willst. Ja, ja, bestimmt 1,20 oder so. Okay, ja, und wenn du zum Aldi gehst, äh, und dann holst du dir da eine Laugstange für 80 Cent? Genau, also, das ist ja das Thema, oder, oder ein Brot, also Brot irgendwie, billig Backbrot, oder selber Aufbackbrötchen kriegst du irgendwie sechs Stück für, für 1,20 oder 1,50 oder sowas. Und dann packst du dir halt selber schnell auf bei dir daheim. Und das muss man einfach sagen, da, da ist einfach, also man könnte da schon versuchen einzugreifen, aber eigentlich sind es da Konsum- und Kaufentscheidungen der Leute, dass man die Sachen schätzt, oder dass eben Bäcker versuchen, durch Qualität, äh, ihren Standard zu erarbeiten, was ja früher eigentlich Qualitätshandwerk war. Stattdessen versuchen die aber ein Preisdumping zu machen, oder tatsächlich dann möglichst viel zu produzieren, um ihre Preise zu gedeckelt zu bekommen. Aber man könnte als Bäcker auch auftreten und sagen, mein Brot ist vier Euro wert. Und viele Leute würden das schätzen, auch der jungen Generation. Ist die Frage, ob es im Moment in der Krise und mit allen möglichen Preissteigerungen einfach umsetzbar wäre. Aber es wäre auch eine Herangehenswahl zu sagen, ja, der Staat muss sich um alles kümmern und alles verbessern. Tja, da muss ich ja fast den Erwin hier machen und sagen, der, äh, Kapitalismus hat ja viel kaputt gemacht. Wie gesagt, hat er im Endeffekt auch. Also Großbäckereien sind jetzt nichts Positives in dem Moment. Ja. Also die machen das Handeln, ist das Handwerk tatsächlich kaputt. Und man müsste das Handwerk gezielt stärken. Die Frage ist, ob das der Staat machen muss oder ob die Handwerker und die Kaufentscheidung des letzten Endes machen kann. Also ob sich Leute eben entscheiden, das gute Brot zu kaufen, nicht das billige Brot. Also ob es reicht zu informieren, dass Backtriebmittel und, und Aufbackbrötchen halt nicht gerade gesund sind und auch nicht keinen hohen Nährwert haben. Ich bin in Berlin bei der Innung SHK. Das ist der Zusammenschluss der Sanitär-Heizung-Klempner-Klimaberufe. Also die bauen also moderne Wärmepumpen ein, reparieren unsere Klos, montieren Regenrinnen. Ich muss nur auf Wärmepumpen eingehen. Das muss natürlich erwähnt werden hier in dem Moment. Also es geht natürlich um Heizung oder um Sanitär und Wärmepumpen ist das Allerwichtigste. Also man hat mir echt, die haben so ein Skript und da steht drin, also einmal muss Klima angesprochen werden, wir haben hier einmal Migration und ja, Wärmepumpen. Ganz, ganz wichtig. Sag mal, ist Wärmepumpen jetzt irgendwie verpflichtend? Ja, es soll ja so werden. Also Habeck hat ja gesagt, ab einem gewissen Punkt müssen alle neu installierten Heizungen Wärmepumpen sein und Gasheizungen sollen ja verboten werden. Das soll dann eine Übergangsfrist geben und bla bla bla. Ich glaube, es wird nie dazu kommen. Aber natürlich muss hier Werbung dafür gemacht werden. Weißt du, was das kosten soll bei uns im Haus? Eine Wärmepumpe selbst sind glaube ich 40.000 plus die Sanierung, Dämmung und Fußbodenheizung. Also locker 100.000 bis 140.000, wenn du es umrüstest und nicht hast davor. Die sind ja komplett irre. Ja, und eine neue Gastherme kostet dich irgendwie 7.000 Euro, 10.000, wenn es eine teure ist. Und damit ist es erledigt. Dafür, dass ich die Heizung so gut wie nie anmache. Wenn es richtig kalt wird im Winter, dann schmeiße ich die Heizung an. Dann läuft die wirklich permanent so auf 1 bis 2, dass halt so eine Grundwärme drin ist. Und dann wird es auch wieder ausgemacht. Was brauche ich dafür? Eine Wärmepumpe? Was soll ich in meinem Haus hier irgendwo? Oder ist es hier zu Miete? Aber ich meine, das wird ja dann am Ende des Tages auch wieder auf den Mietpreis draufgeschlagen. Klar, klar. Also wenn das energetisch saniert wird, dann kriegst du das obendrauf geschlagen. Ja, auf jeden Fall. Würde ich ja als Vermieter genauso machen. Aber das ist so eine hirnrissige Politik, die man da fährt, mit diesem ganzen Energiewahn. Da könnte ich mich jedes Mal aus neu, da könnte ich mich drüber aufregen. Vor allem ist es halt viel aufwendiger eine Wärmepumpe zu installieren. Also du kannst entweder, wenn wir Handwerkermangel haben, ein Handwerker gut ausbildender Gasthermen einbaut, dann macht er das in ein, zwei Tagen fertig und das Ding ist installiert. Oder der installiert eine Wärmepumpe und ist mit energetischer Sanierung und ähnlichem ein Viertel bis ein halbes Jahr beschäftigt. Ich habe noch was. Dann sollen neue Fenster kommen. So, ich weiß nicht, was da jetzt anders ist, aber halt die geben noch weniger Wärme ab. Dann haust du hier eine Investition ins Haus rein, 150.000 Euro dafür, dass du dann pro Jahr 10 Cent oder so, oder lass es 10 Euro sein, nein, noch nicht mal, an Energie dann sparsst, was dir nicht wieder löten geht, halt einfach durch Umgebungswärme. Manchmal, glaube ich, das ist einfach so ein Konjunkturpaket. Also dass die Grünen einfach Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen machen wollen, dass mehr Leute was zu tun haben und einfach hier und da Geld ausgegeben wird, Sanierung hier, energetische Sanierung da. Und einfach, ja, dass das einfach insgesamt Wirtschaftswachstum angeregt wird künstlich und Bargeld damit oder Ersparnisse verbraten von Menschen. Also dass man Leute zum aktiven, ja, im Endeffekt Konsum zwingt. Ja, aber dann sind das so Sachen, die nicht mal zielführend sind. Also dann baut doch lieber ein bisschen das Autobahnnetz aus. Also dann hat man mehr Entlastung. Ja, aber dann investiert es ja nicht dein Geld, sondern es muss ja der Staat investieren. Ja, richtig, aber die investieren ja schon genug in irgendwelche anderen Sachen. Darum geht es ja. Man will ja, dass der Bürger sein Erspartes investiert und letzten Endes dann möglichst wenig selber besitzt. Oh Gott, ja. Ich hoffe, das endet dann mit der nächsten Bundestagswahl. Das ganze Elend, ey. Wart mal ab. Im Moment ist es ja eher so, dass die Leute sagen, ja, ich habe die Schnauze voll, jetzt will ich CDU. Ja, toll, die CDU, die uns hier hingebracht hat. Aber ich könnte mir echt vorstellen, dass es irgendwann so eine Koalition gibt aus CDU und AfD. Kann ich mir auch gut vorstellen, aber tatsächlich noch nicht bei der nächsten Wahl. Also dafür ist die Brandbauer noch zu hoch. Ich glaube tatsächlich, das nächste wird so was wie eine große Koalition. Also CDU, CSU, SPD. Vielleicht sogar mit FDP, aber ich glaube, die FDP fällt raus. Und dann stellen die Leute fest, okay, es wird trotzdem nicht besser. Und erst dann gibt es schwarz-blau oder blau-schwarz. Ja, ich weiß nicht. Was brauchen die Leute noch? Soll ich dir nochmal sagen, dass in Ludwigshafen irgend so ein Typ aus Syrien Stress mit seiner Ex-Freundin hatte, weil er ihren Sohn nicht mehr sehen durfte, der nicht sein Sohn war. Also der war einfach nur der Freund der Frau, die ein Kind hatte. Und daraufhin war er sauer. Und dann hat er sein Messer gezogen, hat einen Maler abgestochen, hat den anderen Maler abgestochen. Die stand da auf der Straße an ihrem Caddy oder so was. Und dann hat er ihm den Arm abgeschnitten und hat ihn bei seiner Ex-Freundin auf den Balkon geschmissen. Also wie viel muss ich noch sagen? Hast du das in Wien mitbekommen? Hast du die Honigwabe geguckt am Sonntag? Ja, ja. Junge, wo sind wir, dass man einen auf der Straße zusammelatzt und ihm dann mit einer Machete die Hände abhackt? Ich denke mir auch, das gab es früher einfach nicht. Also wenn ich an meine Jugend zurückdenke, Messerkriminalität, das gab es in irgendwelchen Clans in Berlin, wo man gelesen hat, dass jemand abgestochen wurde oder so. Das ist nicht mal mehr ein Messer, Alter, der kommt mit einer Machete an. Wo sind wir irgendwie? Sag mir, irgendein Land in Afrika. Im tiefsten Kongo. So, da kommen die Warlords in ein Dorf gefahren und damit die Leute sich nicht wehren können, schlagen sie ihnen die Hände ab. Unfassbar. Aber offenbar begreifen es die meisten noch nicht, dass es Veränderungen in diesem Land gibt, dass wir ein riesen Integrationsproblem haben und dass sich die Welt oder Deutschland verändert in eine Richtung, die mit dem Grundgesetz und, sagen wir mal, unseren Werten nicht im geringsten vereinbar ist. Ganz ehrlich, solche Kriminaldelikte müssen halt eigentlich in den Tagesthemen kommen. Und, ich meine, wo, wo, was soll denn, wie soll man das noch toppen? Du kannst halt nichts anderes mehr berichten. Also, wenn du jetzt tatsächlich jede, also, man sieht es ja in der Honigwabe mit Hauer, Meteor und Messer, wie viele Fälle das sind pro Woche. Und wenn du dann noch zum Beispiel mitnimmst, also, ich glaube, NRW acht Fertigungen pro Tag im Durchschnitt. Und die Anzahl an Gruppenvergewaltigungen ist dann auch noch mal drastisch gestiegen. Das ist ein Phänomen, das gab es vorher nicht. Gruppenvergewaltigungen. Ein Deutscher, wenn da schon irgendeine Fertigungen tickt, dann hat er keinen Bock darauf, dass noch ein zweiter Schwanz, sorry, ich habe zwei gepiepst, ein zweiter Schwanz mit dabei ist, weißt du? Sehe ich genauso. Also, die Sachen gab es früher nicht. Und man sieht es ja auch in der Kriminalstatistik, gerade Messerkriminalität und Gruppenvergewaltigung, darfst du piepen, wenn du möchtest, Gruppenvergewaltigung, ähm, gab es früher nicht. Es ist jetzt ein massiver Anstieg und davor hatten wir das nicht. Ja, ja. Ich meine, wenn du auf die Statistik guckst, von 2015 bis 2021, innerhalb von sechs Jahren ist die Anzahl an Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung um den Faktor 2,5 gestiegen. Mhm. Ist das im, also, ähm, Leute nehmen Sachen, wenn sie zu langsam ablaufen, einfach nicht wahr. Aber sind sechs Jahre und der Faktor 2,5 langsam? Ja, für manche Leute ist es langsam, bis das begriffen wird. Deswegen denke ich, die nächste Wahl, keine Chance, keine Chance. Also, dass das da schon blau mit regiert. Vielleicht auf Landesebene kann ich es mir vorstellen, also gerade Thüringen oder sowas, dass da eine Regierung zustande kommt. Ähm, aber sonst, das Stigma, als rechts zu gelten, ist ja viel zu hoch in der Gesellschaft. Eben. Das muss irgendwie abgebaut werden, weil im Prinzip ist das, was die AfD vertritt, nicht mehr die AfD, wie sie 2014 oder sowas war, wo man halt einfach, oder 2015, wo man einfach nur gesagt hatte, äh, ja, Migration, aber nicht, nee, nee, die haben sich auch weiterentwickelt und, äh, es gibt genug Gründe, warum man, warum die halt dagegen argumentieren. Ähm. Ja, vor allem sind es ja teilweise richtig sinnvolle Forderungen. Also, man sieht ja auch, dass die CDU fleißig abkupfert von alten Anträgen. Also, wenn die AfD es einreicht, wird es erst mal abgelehnt, ein Jahr später kommt die CDU mit dem selben Antrag und dann kommt er teilweise durch. Ja, das ist, ja, CDU-Alter, Scheinopposition. Äh, wollen wir weitermachen mit dem Video? Wie diese Azubis, die gerade für einen Lehrgang hier sind. Die Innung versucht aber auch Leute in den Beruf zu holen, die bislang keine Chance bekamen. Junge Menschen ohne Schulabschluss, mit Zuwanderungsgeschichte, sowie Schare. Ja, also, wir bauen halt so ein, äh, Puste, Pinball, irgendwas. Ja, wir haben dafür keinen Namen. Ähm, da haben wir halt zwei exakte Stücke davon. Schare ist 25 Jahre alt. Anhand dieses Spiels für eine Industriemesse üben er und seine Kollegen die Grundtechniken, die man so als Anlagenmechaniker braucht. Sägen, Schweißen und so weiter. Drei Monate Schule und Praxis in dieser Werkstatt, dann zwei Monate Praktikum und wenn alles klappt, danach ein Ausbildungsvertrag. Was hast du vorher alles so gemacht, bevor du jetzt hier warst? Nicht viel, leider. ich bin halt ganz normal zur Schule gegangen, dann auch unregelmäßig, ähm, bis zur Elften, also bis zur Zehnten eigentlich, aber die Elfte habe ich dann wiederholen müssen, wegen dem Abschluss, den ich am Ende doch nicht bekommen habe und danach ging es weiter mit DHL Express und dann Amazon und Uber und habe mich dann halt so umprobiert, ähm, gemerkt, ja, also im Endeffekt, er hat, war nicht in der Schule beziehungsweise sehr unregelmäßig in der Schule, hat den Abschluss nicht geschafft, er hat bis zur Elften Klasse versucht mitzumachen, ist aber zweimal durchgefallen, also hat, also er musste die wiederholen, er hat seinen Abschluss nicht beim Ersten und nicht beim Zweiten Mal geschafft, äh, dann hat er ein bisschen rumgejobbt mit DHL und ähnlichen, natürlich auch Bullshit-Jobs, wo man halt seinen Mindestlohn bekommt und sich ein bisschen was dazu verdienen kann, dann hat er sich irgendwie ausprobiert, was auch immer ausprobieren in dem Kontext ist und, ja, dann, äh, war er arbeitslos, bis er jetzt 25 ist. Der sagt gleich was, was Gutes, äh, weil er will die Frage wieso beantworten und da möchte ich dann gleich mal zu, zu einsteigen. Aber, genau, interessant ist ja auch, man hat ja manchmal so ein Zoom-Bild in die ganze Werkstatt gesehen und es wird wieder der Ausländer befragt. Also, es gäbe da ja auch durchaus andere Leute, die man hätte befragen können oder auch zu Wort kommen lassen. Vielleicht wurden die sogar interviewt, aber letzten Endes in den Schnitt kommt, kommt der Ausländer seine Story erzählen darf. Das ist nix für mich. Saß ich dann zu Hause halt, sehr lange Zeit und, ja, musste mich halt entscheiden, ob ich weiter hier zu Hause rumsitze oder rumjobben will die ganze Zeit mit einem unregelmäßigen Vertrag oder ob ich halt jetzt letztendlich eine Ausbildung anfangen möchte. Die Ausbildung hieße dann Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Solche Leute brauchen wir dringend, wenn wir Wohnungen klimaneutral umbauen wollen. Oh, wein. Warum wäre es der Schritt zur Eigenständigkeit? Wenn du jetzt so nachdenkst, warum hat das, das ist das Y-Kollektiv-Bingo. Noch nochmal Klima erwähnen und durchstreichen. Was denkst du vorher diese Phase, wo du eher nur so zu Hause rumgegammelt hast? Was denkst du, warum das so war? Ja, lag an mehreren Sachen. Es hat in der Grutschule sogar angefangen, dass mir immer gesagt wurde, dass ich das nicht machen könnte oder so. Von den Lehrern. Es gab so einen kleinen Streit zwischen mir und einem Jungen und da ist die Lehrerin zu mir gekommen und hat mir gesagt, ja, du ärgerst ihn heute aber dafür wirst du später im Leben nichts hinbekommen. Da hat sie mir wirklich gesagt, also natürlich damals dachte ich mir gar nichts, aber jetzt im Nachhinein denke ich mir so, Bro, das kannst du nicht prägen. Stopp. So. Paulanagarten? Vielleicht, vielleicht, selbst wenn, selbst wenn das Ding wahr ist, ich gebe ihm jetzt den Punkt, dass das Ding wahr ist, er sagt ja selbst, es tangiert ihn nicht und trotzdem, bringt er das gerade als seine Begründung an, weswegen er seine Karriere so hardcore verkackt hat. Ja, es fing schon in der Grundschule an, da hat die Lehrerin gesagt, dass es aus Minimas wird. Es hat mich aber damals nicht tangiert. Aber jetzt schon, wenn ich so drüber nachdenke, sowas kannst du ja zu einem Kind nicht sagen. Digga, das ging da rein, da raus. Du hast gesagt, scheiß drauf. So. Und am Ende des Tages hatte die Lehrerin halt recht. Ja, ich denke mir auch, also er hat einen kleinen Streit gehabt, also es kann ja tatsächlich auch mehr, also vielleicht war es sogar eine Prügelei und ich glaube nicht, dass die Erzieherin genau oder die Lehrerin diese Worte verwendet hat. Es kann eher so ausgehen sein, wenn du deine Konflikte mit Gewalt löst, dann wirst du das eventuelle Leben nicht weit bringen. Oder Mobbing ist nicht akzeptabel und du musst dich besser integrieren, damit du es einfacher hast im Leben oder sowas. Oder sowas. Aber dieses, aber dieses, du bist ein Ausländer, du wirst eh zu nichts bringen, sehr unwahrscheinlich. Oder sowas behandelt ihn mit Respekt. Er könnte später dein Chef sein und dann möchtest du auch mit Respekt behandelt werden. Wahrscheinlich sowas. Also ich bezweifle tatsächlich, dass es so gesagt wurde und genau das, was du gesagt hast. Also entweder es ist so, dass es dich nicht berührt hat und du halt ein Kind warst, irgendwie acht, neun Jahre alt und das jemand zu dir gesagt hat und danach hast du dein Leben ja probiert und du hast sie ausprobiert. Aber jetzt plötzlich schiebst du alles auf diesen einen Moment früher die Lehrerin, die gesagt hat, die wird eh nie was werden. Also wo ist denn da die Verantwortungsübernahme für das eigene Leben? Das ist ja absoluter Opferkult. Also die hat mich damals so klein gemacht und dementsprechend so klein geblieben, wie ich heute bin. Ja, also dass er das jetzt als Begründung heranzieht, dass er halt ein Versager ist, so klipp und klar gesagt. Also es ist ja schön, dass er jetzt versucht, was noch aus sich zu machen, dass er mit 25, ist ja auch nicht zu spät, um die Kurve zu bekommen. Wenn er jetzt 30 wäre, wäre nochmal ein anderes Ding. Selbst mit 30, aber er macht jetzt drei Jahre die Ausbildung, wenn er sie nicht abbricht, weiß man ja nicht in dem Fall. Und dann ist er mit 28 im Endeffekt in dem Beruf tätig, kann die Meisterausbildung dranhängen und wenn es gut läuft, ist er mit 35 in seinem eigenen Betrieb, wenn er wirklich ranklotzt. Also das ist durchaus realistisch. Selbst wenn er keine Meisterausbildung macht, kann er immer noch gute Arbeitsstelle finden, fängt dann erst mal mit seinen 2.100 Euro brutto an, Mindestlohn, und arbeitet sich dann Stück für Stück hoch. Also man bleibt ja nicht lang auf Mindestlohn im Handwerk. Wenn man verhandelt und eine gute Arbeit macht, dann wird man auch besser bezahlt, Stück für Stück. Aber wenn du natürlich absolut Schrott bist in dem, was du tust, dann kann dein Chef dir nicht mehr bezahlen. Also es gibt halt nun mal wirtschaftliche Standards und dein Chef kann dir nicht mehr geben, als du einspielst. Zudem, ich hatte auch noch Sachen gesehen, selbst von Leuten, die halt Mechaniker sind oder Mechatroniker, haben eine Ausbildung hinzugemacht, haben jahrelang in diesem Bereich dann gearbeitet und irgendwann gab es dann einen Wechsel in der Führungsetage und der Typ hat gesagt, ey, pass auf, weil der sich immer einbringt und gut die Ideen hat, hätte ich den gerne mit dem Projektmanagement oder Projektleitungsteam. So, das heißt, du hast nicht mehr diesen klassischen Mechanikjob, wo du was machst, sondern du hast dann quasi denkende Aufgaben, wo du halt strukturierst und sowas, wo du dann nochmal mehr Gehalt bekommst. Also da gibt es genug Aufstiegschancen, besonders in der Industrie. Aber du musst dir deinen Job gut machen. Also du musst für deinen Job brennen, da richtig gut drin sein, dich engagieren, auch mal hier und da eine Überstunde machen, dich reinarbeiten, privat noch in Themen und dann, wir deinen Job auch mögen und das gerne machen, was du tust. Und dann merkt man dir das nämlich auch an, wenn du jeden Tag eine Fresse ziehst und irgendwie in deinen Job kommst und mit deinen Coworkern nur darüber schimpfst, wie schlecht du verdienst und wie blöd das ist, hier zu arbeiten und dass du ja was viel Besseres verdient hast und ja, dann wirst du es auch zu nichts bringen in dem Beruf. Aber das ist ja der klassische kapitalistische Gedanke, also dass man sich nach oben arbeiten kann und dass Leute, die Kompetenz und ihren Job gut machen, mit der Zeit auch mehr verdienen werden. Und die Leute, die im Endeffekt ihr Leben lang auf Sparflamme arbeiten oder nur das Nötigste tun und den Job nur haben, um Geld zu verdienen und den Rest in ihrem Privatleben ausleben, die werden halt auf Mindestlohn bleiben ihr Leben lang. Exakt. Aber ich finde lustig, wie hier der Unterschied ist zwischen Fabienne und, wie heißt der? Schar? Ich hab keine Ahnung. Ich hab ... Aber er ist so genau das Gegenteil. Also sie war wahrscheinlich schon seit 17 oder wahrscheinlich schon früher hin und wieder ausgeholfen in der Backstube ihres Papas und er im Endeffekt, der da die Schule schwänzt, nix auf die Reihe bekommt und sich dann über die Lehrerin beschwert, ja, wie ihn mit achtmal gesagt hat, dass es eh zu nichts bringen wird. Ich hab dem Kind sowas zu sagen, so, ja. Also du würdest sagen, dir wurde oft eingeredet, dass du es zu nichts bringen wirst, nach dem Motto? irgendwann hab ich das selber dann auch geglaubt und auch dann aufgegebenmäßig, dass ich dann angefangen hab, zu Hause rumzuhocken oder bei der Arbeit, wenn's mir mal nicht gepasst hat, einfach ... Der Nico heißt der, der ... Ja. ...interviewer, ne? Wie kommt der darauf, dass einmal in der Grundschule auf öfters oder regelmäßig oder was, ich weiß nicht mehr sein Wortlaut, wie kam er jetzt da drauf? Also er hat ihm ja im Prinzip schon wieder diese Vorlage gegeben. Mhm. Genau. Er muss nur Ja sagen. Genau, das war wieder eine Suggestivfrage, wo er unterstellt, ja, das wurde ja eh mehrfach so eingeredet und dann kam's halt jetzt dazu, oder also ... Und dann konnte er einfach nur abnicken im Endeffekt. Also die Bias, die er reinbringt, dass im Endeffekt Ausländer es schwerer haben, schlechter behandelt werden, unterdrückt werden von der Gesellschaft, direkt reingeflossen ins Interview, damit er dann, ja, das einfach nur abnicken kann. Toller Journalismus. Ja, Qualitätsjournalismus. Grimme preiswürdig an der Stelle. Aufzugeben, sag ich jetzt mal, und nicht weiterzuarbeiten. Tschare lebt in Deutschland, seit er ein Jahr alt ist, gegeben hättest, oder einen festen Ausbildungsplatz oder einen Job, dass du den Aufenthaltstitel bekommen hättest. Also, es ist ja dumm zu denken, ja, dann fang ich das gar nicht an. Ja, auch, aber das stimmt zum Teil. Mir hatte neulich einer in den Kommentaren geschrieben, seine Freundin ist irgendwie Kolumbianerin und die hat es auch super schwer, einen Aufenthaltstitel hier zu bekommen, damit die hier ihrer Arbeit nachgehen kann oder sowas. Jetzt musst du dir vorstellen, auf der anderen Seite kommen aber permanent irgendwelche unqualifizierten Arbeit, nee, das war ich nicht Arbeitnehmer, irgendwelche unqualifizierten Leute ins Land, wo man sich ja hofft, dass die irgendeiner Arbeit nachgehen, die es aber nicht tun. Und interessanterweise dann die Leute, die einen Pass haben, arbeiten wollen, den legt man dann halt wirklich so über die Ämter Steine in den Weg. Und da ist es schon schwer, nicht an so einem ganz großen Austausch oder sowas. Ich frage mich halt immer, ob das dann nicht die Sachen sind, die einfach häufig verwendet werden, so als Einzelfälle, um das zu rechtfertigen, dass man so damit umgeht. Also der Mann, der hier einen Ausbildungsplatz hat und trotzdem abgeschoben wird oder die Freundin, die einreisen möchte und das aber nicht durfte, obwohl sie ja qualifiziert ist. Also ich frage mich, ob das ein strukturelles Problem ist, wo es wirklich Millionen von Menschen gibt, die arbeitswillig sind, die sich richtig engagieren, die richtig gut Deutsch können, die hier einen perfekten Job haben, die richtig gut im Ausbildungsleben stehen und dann einfach wieder weggeschoben werden. Oder ob das halt die Einzelfälle sind, die man gerne mal medial aufputscht, gerade in der linken Szene, um zu zeigen, ja, die werden ja abgeschoben, wir dürfen niemanden mehr abschieben. Weil die Leute erwischt es ja auch. Es gibt da ja auch noch positive Fälle, wie zum Beispiel, das war in irgendwo Niedersachsen, glaube ich, neulich eine Vergewaltigung und der Richter hatte gesagt, auf Bewährung ausgesetzt die Strafe, denn ... Er wusste nicht, dass das verboten ist in Deutschland. Nee. War das der Fall? Den habe ich noch nicht gelesen. Den gibt es? Ja, den gibt es mit. Aber er sagt ja, ich wusste ja nicht, dass man das hier nicht darf und ist auch auf Bewährung rausgekommen. So viel zum Thema Unwissenheit, schützen nicht vor Strafmaßnahmen oder sowas. Nee, in diesem Fall war es, ja, er ist ja da drauf, er ist ja gerade dabei, sich irgendwie einen Job zu suchen. Von daher ist das eine positive Entwicklung und diese positive Entwicklung möchten wir nicht unterbinden. Daher gibt es jetzt nur die Strafe auf Bewährung. Junge Alter, er hat eine Vergewaltigung. Ich bin heute gut im Piepsen. Irgendeine vergewaltigt und ... Ja, er geht arbeiten. Das kann ... Oder nee, er geht nicht arbeiten, er sucht sich einen Job. Das kannst du ja auf alles übertragen. Ja, der Typ, der Deutsche, der jetzt mal eine vergewaltigt hat, er geht arbeiten. Er zahlt Steuern. Er muss trotzdem in den Knast. Ja. Einzig Richtige. Definitiv. Oder abgeschoben werden. Das Ding ist halt ... Ja, ja, klar, wenn das kein Deutscher ist, dann muss er halt da hin zurück, wo er herkommt, wenn er sich hier nicht benehmen kann. Und wenn es ein Deutscher ist, dann muss er halt in den Knast. ... ... mit Zuwanderungsgeschichte tun sich schwer auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Daten vom Bundesinstitut für berufliche Bildung zeigen, dass sie ihre Ausbildungen besonders häufig abbrechen. Wir reden über ... Warte mal, er hat gerade abbrechen gesagt, oder? Ja. Er hat nicht gesagt, dass sie rausgeschmissen werden oder irgendwie diskriminiert. Nee, die werden ab und die brechen ab. Ja, das hat aber wieder nichts damit zu tun. Also er sagt gerade, die Migranten werden strukturell irgendwie benachteiligt und deswegen, ja, die brechen dann ihre Ausbildung häufiger ab. Aber es zwingt sie ja nicht. Also sie kriegen ja die Ausbildungsplätze, nur sie machen es ja nicht fertig. Also offenbar scheint nicht die Benachteiligung zu sein, dass sie die Stellen nicht bekommen. Ja. Aber du weißt doch, der fürchterliche Rassismus am Arbeitsplatz. Mhm. Aber es ist ja deren Entscheidung, wenn sie dann gehen. Also furchtbar Rassismus. Also der Typ wird sogar interviewt, ne? Also er ist auch der Letzte, der da noch arbeiten darf und Dinge machen kann. Und er kriegt ja eine Chance, sogar mit 25 nochmal neu anzufangen. Also es scheint ja nicht so, dass wir hier so die größten braunen Nazis sind, die die Leuten überhaupt keine Chance geben in irgendeiner Art und Weise. Sondern wir geben denen Chancen. Die dürfen eine Ausbildung anfangen. Aber irgendwie haben trotzdem Migranten die größte Abbrecherquote. Ja. Tja. Warte, bevor du weitermachst. Erinnerst du dich an diesen Fall von dem syrischen Flüchtling? Er war 18, glaube ich. Wollte Profifußballer werden und er hatte einen Job in einer Gärtnerei bekommen. Mhm. Und den hat er nach zwei Tagen abgebrochen. Ja, ja, genau. Weil es zu anstrengend war. Weil ihm zu anstrengend. Er ist nach Deutschland gekommen, Profifußballer zu werden. Ja, also ich glaube, dann hätte er in seiner Heimat bessere Chancen in Afghanistan oder so. Da sind die Ansprüche nicht so hoch. Ja, aber andererseits kann er hier einfach weder Profifußballer werden noch eine Ausbildung machen und kriegt trotzdem Geld. Ja, das stimmt. Über Einwanderung von Fachkräften binden aber nicht mal die Jugendlichen ins System ein, die schon im Land sind. Männers, ich bin kurz im Büro, ja? Ja, ich bin im Büro, ja? Wenn irgendwas ist, dann okay. Gut. Ausbilder Steffen betreut in der Innerung schon seit Jahren das Projekt für die jungen Erwachsenen, die an eine Ausbildung herangeführt werden sollen. Da haben wir eine Bevölkerungsgruppe jahrelang auch ein bisschen missachtet irgendwie, die zwar hier in Deutschland zum Teil aufgewachsen sind, aber irgendwie nicht angekommen sind in den Betrieben. Ja, ja. Nicht nur in den Betrieben, sondern erst recht in den Oberschulen, denn da waren sie ja alle mal. Möchte ich nicht den Schwarzen Peter jetzt in die Schule schieben und sagen, ihr Lehrer seid schuld, weil ihr die weitergeschoben habt. Haben sie ja nicht. Der Lehrer, der damals da vor seinen 30 Leuten stand, der konnte zum Teil ja nur Frontalunterricht machen und sich da nicht um den Einzelnen da so kümmern. Das passiert jetzt erst. Die haben Bock. Man muss die nur richtig ranführen. Die haben Bock, man muss die nur richtig ranführen. Aber geht es jetzt eigentlich um Migrationspolitik? Also die eigentliche Frage war doch, ob die Generation Z ein Problem mit dem Arbeitsmarkt hat beziehungsweise ob die zu faul zum Arbeiten ist. Und jetzt alles, was dieser Mann gelabert hat, ging um, ja, wir haben irgendwie Migranten nicht richtig integriert und wir haben die vernachlässigt und das ist ein Riesenproblem. Also wir haben jetzt hier fast 24 Minuten dieser Doku angeschaut und irgendwie kam noch keine Hypothese, also wird diese Hypothese der Gen Z nicht aufgegriffen und auch nicht mit Argumenten irgendwie untermauert an der Stelle. Ja. Was war der Punkt davor? Da wollte ich darauf eingehen, aber ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ob es jetzt um Migrationspolitik geht. Ach genau. Ja, nee, ist weg. Tut mir leid. Kein Ding. Aber die haben Bock, man muss die nur richtig ranführen. Ja. Sieht man ja. Also gut, der eine da hinten, ich weiß nicht, ich will den anderen da jetzt nicht irgendwie absprechen, dass die keinen Bock haben, aber der eine Typ da hinten ist halt, sein traumatisches Erlebnis in der Grundschule hat mich wirklich mitgenommen. Ganz ehrlich, ich wette ein Zehner auf ihn, dass er in dem nächsten halben Jahr abbricht. Ich weiß nicht, ob wir jede was von ihm hören, aber das zieht er nicht durch. Ja, der Zehner ist dir sicher, denke ich. Sicherer, als dass Nico irgendwann eine Frau wird. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Mehr ernsthafte berufliche Orientierung in der Schule, mehr Zutrauen in die Fähigkeiten von Jugendlichen, bessere Arbeitsbedingungen, mehr Geld. Das sind wohl die zentralen Ansätze, damit wir Jungen wieder mehr Bock auf harte Arbeit bekommen. Das pauschale Schimpfen auf unsere Faulheit dagegen bringt gar nichts. Wir sind vielleicht manchmal etwas verwöhnt, haben nicht mehr so viele handwerkliche Fähigkeiten, lassen uns vom Handy-Screen ablenken. Aber wir lassen uns auch nicht mehr alles gefallen, wollen Arbeit mit Sinn. Klar, müssen auch wir noch was dazulernen, aber vor allem ist es der Arbeitsmarkt, der sich mal verändern sollte. Besonders beim Thema Geld. Bei den Kollegen von Reporter könnt ihr sehen, wie etliche Azubis in Armut leben. Wahnsinn. Damit können wir das Ding hier beenden. Tatsächlich. Also jetzt am Ende hat er einfach noch mal alles zusammengefasst, was eh schon als Thesen im Raum stand. Also, dass sie faul sind, dass sie nicht so qualifiziert sind, dass sie sich nicht so viel Mühe geben. Aber das alles ist ja nicht wichtig, weil der Arbeitsmarkt muss sich ja um uns herum verändern. Was? Also, die Kernsynthese ist, wir sind trotzdem ganz, ganz tolle Menschen und haben halt andere Ansprüche. Und ja, ihr müsst uns die Welt so zurecht machen, dass wir uns darin wohlfühlen. Sonst kommen wir nicht in euren Betrieb. Ja. Sucht euch eine andere Einstellung. Wobei, das sind halt wieder die Thesen vom Y-Kollektiv. Also, das Einzige, was wir jetzt gesehen haben, ist, Fabienne übernimmt die Bäckerei. Ja, und der Typ, der andere ist halt, die kannst du vergessen. Ja, aber die Fabienne, die klotzt ja hart dran. Also, sie ist ja genau das Beispiel dafür, dass es Erfolg bringt. Also, wenn du dir Mühe gibst, wenn du was machst, wo du vielleicht nicht jederzeit Bock drauf hast, aber wo du halt ein Werk drin siehst in deinem Handwerk und dem, was du tust, wo die Familie mit dabei ist, wo du auch finanziell gut dastehst, wenn dein eigener Betrieb gut läuft, ja, wo du auch ein Produkt am Ende des Tages hast, was du selber auch noch magst und toll findest oder sogar selber isst in dem Fall, dann bist du auch motiviert, hart zu arbeiten, spät aufzustehen, ja, in dem Fall auch sehr früh aufzustehen, wie man es nimmt, hart zu arbeiten und auch mal komplett übermüdet, dann am nächsten Tag ins Bett zu fallen. Tja, und was nehmen wir mit? Wir nehmen mit, die Frage wurde im Endeffekt nicht beantwortet, ob die Gen Z jetzt arbeitsfaul ist oder nicht, beziehungsweise eigentlich wurde einfach gesagt, dass sie das ist, aber der Arbeitsmarkt halt nicht mehr passt. Ja, also, als Prämisse steht jetzt drüber, eine neue Generation verändert die Arbeitswelt. Oder eben auch nicht. Es ist einfach der komplette Arbeitsmarkt schuld, wenn es nicht passt. Ja, es ist die maximale Opferkultur. Also, ich finde keine Arbeit, weil der Arbeitsmarkt sich mir nicht anpasst. Ich meine, auf dem Arbeitsmarkt ist halt genauso Angebot und Nachfrage wie bei Produkten, ne? Also, ähm, tja. Und dann noch am Ende noch die Aussage, es müsste auch mehr Geld geben. Warum sollte man einer unqualifizierten Kraft mehr Geld geben? Also, was bringt es denn, wenn ich irgendwie meinem Azubi jetzt 15 Euro die Stunde zahle? Wenn es jeder machen würde, hätten wir auch eine massive Inflation und eine Entwertung des Geldes. Ja, zumal, ähm, und ich musste meine Produkte auch teurer verkaufen. Also, es würde diese Spiralen nach sich ziehen. Ja, natürlich. Und, äh, du bist halt nur so viel wert, wie du dem Unternehmen auch am Ende des Tages sein Geld einbringst, ja. Und, äh, wenn du in der Kette ein ganz kleiner Fisch unten bist, dann springt halt nicht das Dick hier dafür rum, äh, als wenn du jetzt die komplette Verantwortung hast, wie zum Beispiel irgendwie Abteilungsleiter oder sowas, ne? Ja. Also, wenn du halt der unterste in der Kette bist, dann kannst du nicht erwarten, viel Geld zu verdienen. Dann kannst du nicht erwarten, wie ein König behandelt zu werden immer und überall und dass dir alles zurecht gemacht wird. Die Forderung kannst du stellen, wenn du Kompetenzen hast oder einen eigenen Betrieb und kannst dir da die, die Sahnestückchen rauspicken an Arbeit, die du noch machen willst. Aber, solange du quasi der unterste in der Nahrungskette bist, machst du halt die Sachen, bis du Quali, ja, genug Qualität und Qualifikation erarbeitet hast. Spielen wir am Ende noch ein, oder, warte, möchtest du noch, möchtest du noch was sagen? Ne, ich glaube, unter den restlichen Themen sind wir schon komplett eingegangen. Okay. Dann, ich sehe hier, nehme ich gerade noch Y-Kollektiv, da oben ist Reporter. Hättest du Lust auf ein spontanes Fuck, Merry Kill? Auf was bezogen jetzt? Auf Y-Kollektiv, Reporter und Steuerung F. Oh mein Gott. Ich finde die alle gleich furchtbar. Also, wenn ich dir mal hier gerade so ein paar Sternstunden der drei YouTube-Kanäle präsentieren darf, Y-Kollektiv hatte unter Moritz Leifeld, so heißt der so, diese Drachenlord-Doku gedreht, wo er vor das Haus gefahren ist und gesagt hat, ja, Herr Winkler, wollen Sie da nicht mit mir sprechen? Hau das vor meinem Haus. Ja, es ist unglaublich, die Leute stehen hier einfach vor seinem Haus. Steht daneben. Steuerung F hatte das mit der Diversity, das hat mir sehr, sehr stark zugesetzt. Die Rinden sind durch irgendwelche ... Ja, durchs ganze Gebäude gegangen, haben Leute befragt und am Ende noch mit dem Funksprecher, also mit dem Chef gesprochen. Genau. Und Reporter, die hauen halt so Sachen raus, wie warum eine geschlechtsneutrale Erziehung richtig und wichtig ist. Du weißt ja, Finnsternchen, ja, und Nova, Nora, Noah. Ich denke, das ist echt schwer. Also wie gesagt, ich würde nichts davon eigentlich bevorzugen. Ey, es ist halt wirklich hart. Wenn ich jetzt unbedingt, so mir hält jetzt einer eine Knarre an den Kopf und sagt, jetzt spiel dieses ver... das Spiel, Alter, oder ich knall dich über den Haufen, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, ich heirate Y-Kollektiv. Es gibt immerhin nicht ganz so grottige... Also die Doku ist ja an sich nicht schlecht, sie ist nur nicht informativ. Genau, es ist halt einfach... Es werden Thesen in den Raum gestellt und da wird halt nicht drauf eingegangen, aber das, was an sich gezeigt wird, besonders in der Bäckerei, das fand ich alles gut. Ja, sie richtet ja keinen Schaden an, sagen wir es so. Also es ist das geringste Übel bei Y-Kollektiv, ja. Dann würde ich sagen, dass ich mit Reporter einmal kurz in die Kiste steige, weil ich finde es, ich finde Reporter wirklich unterirdisch, aber das Gute ist, du siehst es, das Video von Reporter da Azubi live, jeder Einkauf... Jeder Einkauf Krise? Jeder Einkauf Krise. Pfandflaschen sind meine Notgroschen. Okay, also soll... Ach, ist das so jugenddeutsch, so Walla-Krise? Ja, ja, ja. Okay. Wer braucht schon Werben? Es geht halt nur so ungefähr 13 Minuten, während die Steuerung-F-Beiträge 25 bis 30 Minuten gehen. deswegen ist das halt... Du meinst jetzt lieber ein Quickie mit Reporter als irgendwie langer, furchtbarer Sex mit Steuerung-F. Genau, genau. Und Steuerung-F, Alter, die kommt hinters Pferd. Ich hoffe, meine Argumentation war dann nachvollziehbar. Das ist nachvollziehbar. Das ist nachvollziehbar. Ich würde mich da sogar anschließen in dem Moment. Ja, also... Michael, ich hatte ja nicht nur... Also wie gesagt, manche Dokus gehen auf interessante Themen ein. Es gibt auch einfach absoluten Rotz. Das auf jeden Fall. Aber die richten halt echt den geringsten Schaden an. Da sind Reporter und Steuerung-F wirklich noch schlimmer. Gut. Dann sind wir durch mit dem Ding hier. Aber dann... Schön, dass ich da sein durfte. Und vielleicht sichern einen einen oder anderen Viewer dann auch meinen Kanal auch. Ja. Ich hatte vergessen am Anfang Werbung zu machen. Jetzt muss ich's na toll jetzt am Ende machen. Sonst schneiden wir's am Anfang. Ja, oder so. Dann mach ich's so. Ich hab's am Anfang vergessen. Schaut bei Schonungslos gerne mal auf dem YouTube-Kanal vorbei. Ist in der Beschreibung verlinkt. Ja, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hattest und mit dabei warst. Sehr gerne und gerne auch wieder. Also es gibt ja immer wieder Content, der interessant ist, anzuschauen. Und im Red Bull Cup sehen wir uns ja eh jetzt noch die nächsten Wochen. Genau, genau. Das wird eine interessante Sache. Da hab ich Bock drauf, das wird bestimmt eine coole Sache. Wunderbar. Dann allen Zuschauern auch nochmal einen schönen Abend und eine gute Zeit. Ja, von mir auch. Macht's gut, ne? Ciao. Ciao.